Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der der Gemeinwohlökonomie, aber alle anderen sind auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung heute Abend auf so große Resonanz stößt und ich möchte auch ausdrücklich betonen, dass die Veranstaltung auch nach draußen übertragen werden wird. Also wir werden niemanden abweisen müssen. Wir sind technisch darauf eingerichtet, dass die Veranstaltung eben auch nach draußen geht, auf unsere schöne Schäfchentreppe und ich möchte ganz besonders natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Livestream ganz herzlich begrüßen. Wir haben unglaublich regen Nachfrage gehabt nach dieser Veranstaltung über 1300 Facebook-Interessierte. Ich hoffe, dass dann eben auch einige, die jetzt hier nicht physisch anwesend sind, dann aber auch zuhören über den Livestream. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, dass Sie vor allem interessiert, was wir heute Abend zu bieten haben dazu, dass wir und uns alle, denke ich, das Fragen danach, ob unser Wirtschaftssystem überhaupt noch zukunftsfähig ist, umtreibt. So wie wir wirtschaften und produzieren, führt es uns in die ökologische Katastrophe und ich denke, dass der UN-Sonderbericht der Vereinten Nationen des Weltklimarats noch mal nachdrücklich unterstrichen hat, wie massiv und umfassend das Umsteuern vor allem auch unserer Wirtschaft sein muss. Die gute Botschaft dieses UN-Sonderberichtes des Klimarates ist, ja, wir schaffen das 1,5-Grad-Ziel, aber bitte dann, wenn ab sofort schnell und umfassend die Weltwirtschaft dekarbonisiert wird. Dieser Klimarat, dem bin ich sehr dankbar dafür, dass er nicht nur darauf verweist, dass wir eine Transformation unseres Energiesystems brauchen, sondern eben genau auch darauf verweist, dass wir eine Vielzahl von sogenannten Transformationsfahrten brauchen, um diese Umsteuerung hinzubekommen, unter 2 Grad zu bleiben. Wir brauchen definitiv drastische Wänden in der Mobilität. Wir brauchen eine völlig andere Landwirtschaft. Dazu arbeitet gerade auch die Heinrich-Böll-Stiftung ganz, ganz intensiv. Und natürlich, das treibt sie um. Was heißt es dann für Lebensstile? Was heißt es dann fürs Produzieren und Konsumieren so, dass wir zukunftsfähig sind, bleiben und gleichzeitig in Würde und in demokratischen Kontexten leben können? Das hier ist ein Teil, dieser Abend heute hier ist Teil einer Reihe, wo wir möglich, Veranstaltungsreihe, wo wir Denkerinnen und Denkern die Möglichkeit geben wollen, ihre Konzepte für eine sozial-ökologische Transformation zu präsentieren. Wir haben nicht nur eine scharfe ökologische Krise zu bewältigen, wir haben auch zu bewältigen, wie wir mit sozialer Ungleichheit umgehen, wie wir mit polarisierenden Gesellschaften umgehen. Und das ist wunderbar, dass sich weltweit, überall, in allen Gesellschaften, Menschen, Individuen, aber auch Organisationen auf den Weg machen, Nachdenkprozesse anzusteuern, Praxen zu erproben, wie eigentlich bitte ein anderer Lebens- und Produktionsstil aussehen kann. Wir laden deswegen hier Denkerinnen und Denker, praxisbezogene Akteure und Aktivistinnen hierher in die Heinrich-Böll-Stiftung ein. Wir hatten Anfang des Jahres eine ebenfalls sehr, sehr gut besuchte Veranstaltung, die sich mit transformativer Wirtschaftswissenschaft auseinandergesetzt hat. Welche Wirtschaftswissenschaft brauchen wir für die Politik und als Gesellschaft? Weil Sie, glaube ich, auch sehr stark aus universitären Kontexten kommen, möchte ich hier noch mal betonen, dass wir sehr auch mit Menschen arbeiten, denen es ein Anliegen ist, dass wir nicht nur orthodoxe, neoklassische Lehre an unseren Universitäten erleben, sondern dass es wirklich wieder eine Vielfalt von Angeboten auch theoretischer, konzeptioneller Natur ist. Und erst neulich hat mir wieder ein britischer Wirtschaftswissenschaftler gesagt, dass er schon sehr darüber erschüttert sei, wie wenig eigentlich gerade auch aus Deutschland und aus deutschen Universitäten heraus kreatives, transformatives, unorthodoxes Wirtschaftsdenken kommt. Ich möchte das einfach hier mal kurz erwähnen, dass wir hier alle auch eine gemeinsame Aufgabe haben. Wir haben hier auch diskutiert mit Tilman Santarius und Stefan Lange, die Autoren eines Buches sind, zu Digitalisierung und sozial-ökologischer Transformation. Und wir hatten die britische Ökonomin Kate Rovers hier, die ja zur Donut-Ökonomie, wie ich finde, ein sehr gutes Buch geschrieben hat. Auch hier kann ich sagen, ist unser Haus immer sehr, sehr voll. Heute wollen wir mit Christian Felber das Konzept der Gemeinwohlökonomie diskutieren. Sehr, sehr schön, Christian, dass du Zeit gefunden hast. Es ist unser zweiter Anlauf, dich endlich mal hier im Haus zu haben. In Berlin bist du schon ganz schön oft gewesen, denke ich. Sehr schön, dass es jetzt auch mal bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung klappt. Ja, Christian Felber ist ein vielgefragter Referent für Wirtschafts-, Gesellschafts- und Politikalternativen und setzt sich seit vielen, vielen Jahren damit auseinander, wie wir unsere Welt, unsere Wirtschaft gerechter, kooperativer, mit weniger Konkurrenz, gemeinwohlorientiert gestalten können. Er hat eben unter anderem draußen, finden Sie es, das Buch die Gemeinwohlökonomie geschrieben und er hat das Projekt Bank für Gemeinwohl initiiert. Und außerdem, das darf man hier sagen, weil du das ja selber schreibst auf deiner Website, bist du freier Tänzer. Jetzt haben wir hier eine große Bühne aufgebaut. Ich bin mal gespannt, ob du heute hier auch noch als Tänzer performen wirst. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Christian sagt, anstatt, wie es eigentlich Aufgabe von Staaten und definitiv auch von Wirtschaft wäre, ein gutes Leben für alle zu organisieren, macht eigentlich unser Wirtschaftsmodell genau das Gegenteil. Christians Vision ist stattdessen eine Gemeinwohlökonomie, die, wie der Name schon sagt, statt Profit und Geld das Wohl aller zum Sinn und Zweck hat. Nicht das Wachstum des Kapitals, sondern der Mehrung des Gemeinwohls sind das Ziel und sie sind für dich, Christian, eben nicht nur eine Vision, sondern ein Modell, das an vielen Stellen schon gelebt wird. Wir wissen also auch um die Vielfalt der Praxen, wie Gemeinwohlökonomie, solidarische Ökonomie und so weiter gelebt und praktiziert werden kann. Ich freue mich, dass wir gleich mit einem, mit dem Vortrag von dir hier einsteigen und dann eben auch vor allem versuchen, die Brücke deiner Ideen zur Politik zu bauen. Und deswegen freue ich mich sehr, Dieter Janicek, dass du heute Abend bei uns bist, die Herausforderung annimmst, mit Christian Felber zur Gemeinwohlökonomie hier zu diskutieren. Erstmal, lieber Dieter, herzlichen Glückwunsch nochmal für die Bayernwahl. Dieter Janicek war nämlich von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Grünen in Bayern und du bist seit 2013 Abgeordnete der Grünen im Bundestag, dort eben auch für Wirtschaftsfragen, vor allem auch für digitale Fragen zuständig. Du bist Obmann, ich hoffe, das wissen alle, was das ist, also der Sprecher der Grünen im neu gegründeten Ausschuss zur digitalen Agenda. Beschäftigst dich also auch mit dem Wechselverhältnis von Ökonomie und Ökologie und zum Glück eben auch mit der Herausforderung der Digitalisierung. Der Abend wird so ablaufen, dass uns Christian Felber jetzt seinen Vortrag gibt. Danach wird Dieter Janicek Christian Felber kommentieren und danach darf ich die beiden Herren dann zu einer Diskussion auf dem Podium begrüßen. Ich wünsche uns allen einen erkenntnisreichen, inhaltsreichen Abend und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen und mit euch beiden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja. Okay. Groß genug. Ja, vielen herzlichen Dank, Barbara und deinem Team für die Einladung und so einen Andrang habe ich natürlich erhofft, aber nicht damit gerechnet und das ist schon, jetzt fehlen mir die Worte. Ein schöner Beginn, genau. Ja, grün ist eine Spektralfarbe des Gemeinwohls, würde ich sagen. Und die Veranstaltungen, die hier zuletzt stattgefunden haben mit Kate Raworth, ich habe sie, glaube ich, fünfmal getroffen in den letzten Monaten, jedes Mal in einem anderen Land. Und für die, die hier näheres Interesse haben, wir haben gemeinsam eine zweiseitige Zusammenfassung zu den Gemeinsamkeiten des Donuts und der Gemeinwohlökonomie verfasst. Und Uwe Schneidewind habe ich hier sogar über den Livestream verfolgt, weil mich die Veranstaltung an sich sehr interessiert hat und andererseits ist gerade mein Fellow-Projekt am ISS. Ich bin wochenweise in Potsdam und schreibe gerade einem Buch über die Dekonstruktion der Wirtschaftswissenschaft oder ihre Rettung oder Heilung oder wie auch immer. Das geht sehr in diese Richtung. Und Uwe denkt gerade über eine Gemeinwohlbilanz des Wuppertal-Instituts nach. Ebenso die Bank gegenüber, mit der wir schon eine längere gemeinsame Geschichte haben. Ich werde darauf eingehen. Ja, also nochmals vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt die Ehre, in 45 Minuten ein mögliches neues Narrativ für nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft, auch die Demokratie vorzustellen. Eine Theory of Change. Danach lächzen offenbar weltweit Mehrheiten, zumindest wenn man sich verschiedene Umfragen ansieht. Hier ist schon die erste. Die Prozentsätze bezeichnen die Mehrheiten in gleichermaßen armen wie in reichen Ländern, die sich eine andere Wirtschaftsordnung wünschen, weil die aktuelle Weltwirtschaftsordnung nicht allen Menschen und auch nicht dem Planeten und damit unseren Kindern und Enkeln nützt. In 20 armen und reichen Ländern gleichzeitig durchgeführt. Diese Umfrage ist deshalb so bemerkenswert, weil sie von der Bertelsmann-Stiftung sogar wiederholt wurde, die ja nicht im Primärverdacht steht, die gegenwärtige Wirtschaft oder den Kapitalismus überwinden zu wollen. Und nicht nur bemerkenswert schon die Fragestellung, ob es eine neue Wirtschaftsordnung braucht, wie oft werden wir das gefragt, sondern noch viel bemerkenswerter die Antwort. Und das versteht in ärmeren Ländern wie zum Beispiel Mexiko, wo ich nächste Woche hinreise zum dritten Mal, ist das schwer zu vermitteln. Ich werde es gleich erklären. Aber zunächst noch, weil ich die so oft zitiert habe, hat sich ein Journalist des Südkuriers den Spaß erlaubt, die Tagesfrage nachzustellen. Ihr seht jetzt das Datum Juni 2018 und das Ergebnis ist wieder das gleiche. Ich habe ihn dann zufällig getroffen in Friedrichshafen und er hat gesagt, dass wirklich bemerkenswert in der Umfrage war, ist die Beteiligung von inzwischen 820 Abstimmenden, weil wir stellen jeden Tag eine Frage und üblicherweise stimmen knapp 200 ab. Also das ist wirklich eine Frage, die die Menschen bewegt. Und die Erklärung, warum selbst in den reichsten Ländern wie Deutschland oder Österreich so große und klare Mehrheiten sich eine Änderung des Gesamtsystems, das ist in den letzten 20 Jahren neu entstanden. Die Einsicht oder auch das Bedürfnis, nicht nur Auswüchse zu behandeln des Wirtschafts- und Finanzsystems, sondern das gesamte System durchdringend zu verstehen und zu transformieren, wie wir schon gesagt haben. Und die Antwort an die Menschen, an die ungläubigen Menschen in Mexiko oder in anderen Ländern mit hoher extremer Armut, mit Hunger oder mit Jugendarbeitslosigkeit an die 50 Prozent ist, dass die Kennzahlen, die wir immer an erster Stelle anführen, um zu beurteilen, ob es einem Land gut geht oder nicht, wie das Pro-Kopf-Einkommen oder das Bruttoinlandsprodukt oder die Handels- und Leistungsbilanz, das sind einfach nicht die relevantesten Kennzahlen. Im Leben zählen andere Dinge viel mehr und die werden von der klassischen Wirtschaftswissenschaft eben nicht primär in den Blick genommen. Von der Befriedigung der Bedürfnisse über unser subjektives Wohlbefinden, die Beziehungsqualität, der Zeitwohlstand, die Umweltqualität, die Demokratiequalität, ob die Demokratie funktioniert, ob Friede herrscht. Ich bin jetzt extrem verlockt, hier viele Beispiele zu bringen, aber aufgrund der 45 Minuten halte ich mich extrem kurz, was die Analyse betrifft und beschränke es auf zwei ganz kleine Beispiele. Zuletzt ging ich in Costa Rica mit einem Professor, der mit uns nachhaltige Bioregionen in Costa Rica entwickelt, spazieren und er hat gesagt, vor einer Woche ist er mit seinem Sohn spazieren gegangen und hat ihm mitteilen müssen, dass als er so alt war wie er, die Artenvielfalt noch doppelt so groß war. Also ein Verlust von der Artenvielfalt um 50 Prozent in einer Generation, das ist die dramatischste Verarmung, die wir uns überhaupt vorstellen können, von geonetischer und biologischer Vielfalt, die aber im Bruttoinlandsprodukt genauso wenig aufscheinen wie der Leistungsbilanz. Und neulich war ich im Europaparlament bei der Postwachsumskonferenz und da war der Chefökonom der EU-Kommission und hat uns ganz stolz von seinen makroökonomischen Modellen berichtet, welche sie da bevorzugen und dann habe ich gefragt, ob die Artenvielfalt da auch enthalten ist und er hat gesagt, nein. Ja. Und vielleicht das zweite Beispiel. Wir haben die Genossenschaft für Gemeinwohl gegründet mit 6.000 Genossenschafterinnen in Österreich und haben versucht, eine kleine Banklizenz zu erwerben, nur für den Zahlungsverkehr, also für ein Giro-Gemeinwohlkonto, ohne Anlagerisiko und damit auch ohne Ausfallrisiko und ohne Kundinnenrisiko. Unser Antrag war 500 Seiten Rechtstext und der war aus der Sicht der österreichischen BaFin, die heißt bei uns Finanzmarktaufsicht, so unvollständig, dass sie den Antrag nicht einmal inhaltlich beurteilt hat. Und gleichzeitig hat die Industrial and Commercial Bank of China in Österreich eine Vollbankenlizenz erhalten. Die hat eine Bilanzsumme, die ist genau doppelt so groß wie die der Deutschen Bank und der Jahresgewinn ist genau halb so groß wie der Bundeshaushalt der Republik Österreich. Damit, ja, das reicht nicht aus, aber die Zeit reicht auch nicht aus, um jetzt vielleicht die 5% Demokratiearmut, die haben untere anderen damit zu tun, dass die Menschen nicht den Eindruck haben, dass unser derzeitiges Mitgestaltungsrecht in der Demokratie einen nennenswerten Einfluss auf die Entscheidungen, die dann letztlich vom Bundestag getroffen werden hat. Und nur 5% haben diesen Eindruck und das könnte man auch als extreme Demokratiearmut bezeichnen. In der Politik in Deutschland und nicht in Mexiko. In der Politikwissenschaft gibt es den Begriff der Postdemokratie. Vielleicht die meisten werden ihn kennen. Für die, die ihn nicht kennen, formal ist alles in Ordnung. Also wir wählen ja aus einer Pluralität von Parteien, wie wir gerade zuletzt in Bayern wieder gesehen haben. Und die bilden auch Regierungen und Parlamente. Und der Bundestag muss sich dann mit dem Bundesrat und dem Bundespräsidenten noch abstimmen. Und wenn die alle gegen das Grundgesetz verstößen, dann tritt Karlsruhe auf und sagt Stopp. Formal ist alles in Ordnung. Aber was den Output dieser demokratischen, dieser rein repräsentativ-demokratischen Systeme betrifft, da stellen wir immer öfter fest, dass sie nicht nur etwas anderes ergeben als das, was die große Mehrheit der Bevölkerung erwiesenermaßen wünscht und was ihre Werte betrifft, sondern sehr oft das glatte Gegenteil. Ein allerletztes Beispiel. Als der österreichische Regierungschef CETA im Europäischen Rat befürwortet hat, war zwei Wochen vorher eine Repräsentativumfrage, wer denn CETA will in Österreich. Es waren genau sechs Prozent. Und zwei Wochen nachdem festgestellt wurde in einer Repräsentativ von niemandem angezweifelten Umfrage, dass sechs Prozent der Bevölkerung sich CETA wünschen, hat der österreichische Bundeskanzler dann im Europäischen Rat für CETA gestimmt. Nur mal ein bisschen zu erklären, dass das alles bei höchstem Pro-Kopf-Einkommen, höchstem Bruttoinlandsprodukt aller Zeiten und Exportweltmeisterschaft. Und die Frage ist, sind Alternativen am Horizont vernehmbar? Nicht nur am Horizont, sondern sie wachsen schon mitten unter uns, aber sie füllen halt nicht die Titelschlagzeilen der Leitmedien. Und Tapas Statina ist eine Antwort auf den Spruch There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Das hat nicht Angela Merkel erfunden, sondern Margaret Thatcher Anfang der 1980er Jahre. Und sie hat diejenige Politik, die wir heute als neoliberal bezeichnen, hat sie zeitgleich mit Ronald Reagan in den USA initiiert. Von Privatisierung, Liberalisierung, Freihandel ohne Rücksicht auf Menschenrechte oder Klimaschutz, Kürzung der Sozialausgaben des Staates, weil so etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Und dieser Satz von Margaret Thatcher, der ist noch viel dramatischer als There is no alternative. There is no alternative ist eigentlich auch sehr dramatisch, weil damit würde man sich doch eigentlich für eine Diktatur qualifizieren, aber nicht für eine Demokratie, in der es per Definition immer mehrere plurale Alternativen gibt. Wenn jemand sagt, es gibt keine Alternativen, dann können wir eigentlich gleich in eine Diktatur wechseln. Und dennoch finde ich den zweiten Satz noch dramatischer, nämlich es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Individuen, aber so etwas in der Gesellschaft gibt es nicht. Weil damit erklärt Margaret Thatcher 50 Prozent unserer Identität, nämlich, dass wir nicht nur freie und würdige Individuen sind, zum Glück, und das wollen wir mit allen Mitteln schützen. Aber gleichzeitig sind wir, und das ist kein Widerspruch dazu, auch voneinander abhängige und aufeinander angewiesene Sozialwiesen, die auf Kooperation, Solidarität, soziale Gerechtigkeit und funktionierende Demokratie angewiesen sind. Und das ist kein Widerspruch, das wird nur zum Widerspruch im Kapitalismus oder im Sozialismus, aber nicht, wenn wir diese Grundwerte zueinander in Balance bringen. Und wenn jetzt Margaret Thatcher sagt, diese Dimension gibt es nicht, die streichen wir, dann bleibt logischerweise nur der Kapitalismus, Individualismus und seine Folgeerscheinungen von dem jeder gegen jeden, jeder gegen jeden, Rücksichtslosigkeit, zunehmender Egoismus, grenzenlose Ungleichheit bis hin zur Atomisierung, Vereinzelung und Vereinsamung der Gesellschaft, das bleibt dann übrig. Damit kann man, glaube ich, das neoliberale Programm gut zusammenfassen, wobei mir neoliberal nicht so gut gefällt, weil da immer noch liberal drinnen steckt. Und meiner Beobachtung nach geht aber durch diese Politik Freiheit verloren und wird nicht gewonnen. Deshalb bezeichne ich sie lieber als pseudoliberale Politik, die sich in den letzten 30 Jahren aber hegemonial ausgebreitet hat. Hegemonie, ein Begriff von Antonio Gramsci, bedeutet, dass eine Mehrheit unterstützt, was einer Minderheit nützt. Ja, es sind nicht immer die acht Menschen, denen mittlerweile gleich viel gehört wie 50 Prozent der Menschheit, aber die Minderheit ist, glaube ich, deutlich unter 10 Prozent. So, jetzt genug der schon wieder Analyse. Tapas ist die Antwort von Margaret Thatcher und ist erneut Englisch und nicht Spanisch und steht für There are plenty of alternatives. Also es gibt viele Alternativen. Hier sehen Sie, das ist nur die Shortlist und sie sind genauso vielfältig und köstlich wie die spanischen Vorspeisen. Hoffen wir. Gemeinwirkung ist die letzte in der Liste, weil sie sehr jung ist. Wir sind erst 2010 entstanden und haben uns seit 2010 in 25 Staaten ausgebreitet, in der Bedeutung, dass wir dort konkrete Aktivitäten beobachten. Ich fliege nach Mexiko, geht es nach Indonesien. Es geht nicht immer so dahin. Ich versuche maximal zwei Interkontinentalflüge pro Jahr zu absolvieren, aber diesmal geht es nach Indonesien, um dort die Gemeinwohlökonomie Südostasien zu gründen. Und vor zwei Wochen haben wir in München, kurz vor dem Wahlerfolg, haben wir auch einen kleinen internen Erfolg gefeiert, nämlich die Gründung des Internationalen Förderverbandes der Gemeinwohlökonomie Landesverbände. Das sind die neun nationalen Fördervereine von derzeit Schweden bis Chile, die es gibt und die haben gemeinsam den Internationalen Verband gegründet. Und wir fragen uns, warum geht das so schnell? Also fast geht es uns ja zu schnell. Wir hätten sehr gerne ein richtig organisches Wachstum. So nach dem Motto, der Grashalm wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Wir ziehen gar nicht dran, sondern im Gegenteil des Wachstums haben wir in den letzten Jahren große Mühe gehabt, in gute Bahnen zu lenken. Und die Erklärung von uns ist, dass es eine ganzheitliche Alternative ist. In verschiedener Hinsicht. Erste Erklärung von ganzheitlich ist, dass es nicht nur ein vollständiges theoretisches Modell ist, also ein neues Narrativ oder ein Theory of Change, die die 20 Grundbausteine der Wirtschaftsordnung betrachtet und dort und da Reformen vorschlägt. Gleichzeitig aber nicht sagt, das ist jetzt das neue Modell. Ganz im Gegenteil, es ist zu 100 Prozent ergebnisoffen und befruchtbar mit anderen Vorschlägen. Und das ist auch unsere einzige Forderung. Die einzige Forderung, die wir als Bewegung haben, ist, dass wir die Eckbausteine der Wirtschaftsordnung in partizipativen Prozessen gemeinsam betrachten, Alternativen diskutieren und dann die Ergebnisse in den Verfassungen verankern. Das ist bereits der dritte Aspekt. Wir haben versucht, eine Antwort auf die Postdemokratie zu finden und die Antwort lautet souveräne Demokratie. Die werden wir in 20 bis 25 Minuten hier spielen, damit ihr sie am eigenen Leib erfahren könnt und sie nicht nur hört. Und ganz wichtig, die Bewegung zum Mitmachen umfasst heute ungefähr 3000 ehrenamtliche Aktive. Wir sind uns der hohen Ambition unserer Vision sehr bewusst und sagen, je höher fliegend die Vision, desto pragmatischer muss die Strategie sein. Und wir versuchen wirklich jeder gesellschaftlichen Akteurin ein niedrigst schwelliges Angebot zum Mitmachen anzubieten. Vom Kundinnenwunschzettel, mit dem ich zu meinem Lieblingsunternehmen gehen kann, bis zum demokratischen Wirtschaftskonvent, mit dem wir das Grundgesetz eines Tages verändern können und selbstverständlich auch CETA revidieren können. Jetzt beginnen wir aber mit dem Modell. Und das ist schon die zweite Bedeutung von ganzheitlich. Vermutlich hat Kate Revers gesagt, dass das typische wirtschaftswissenschaftliche Lehrbuch mit einem Teilausschnitt des Marktes beginnt. Sie bezieht sich sehr gerne auf das Flussdiagramm und das ist die Wirtschaft. Ein Teil des Marktes ist und allenfalls dann der ganze Markt ist die Wirtschaft. Und aus einer ganzheitlichen Perspektive fragt man zunächst einmal, was ist denn Sinn und Zweck des Betrachtungsgegenstandes, des Forschungsobjekts, nämlich der Wirtschaft. Und um diese Frage beantworten zu können, muss ich schauen, was sind denn die Kontexte, in die die Wirtschaft eingebettet ist. Das heißt, ich mache ein möglichst vollständiges Gesamtbild und dann erst kann ich sinnvoll die Frage beantworten, was die Rolle A und B, Ziel und Zweck der Wirtschaft ist. Und ich war in der Verlegenheit, Wirtschaft zu studieren und habe mich damals sehr klar dagegen entschieden, weil das, was als Wirtschaftswissenschaftler den österreichischen Universitäten angeboten wurde, das hat mich nicht nur nicht angezogen, sondern regelrecht abgetörnt. Das galt nicht nur für die Wirtschaftsstudien, sondern für die ganze Universität. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich mir gedacht habe, nee, studieren ist wirklich nichts für mich, weil eigentlich interessiert hätte mich die Universalwissenschaft und die kann man bis heute in Österreich nirgendwo studieren. Und das ist für mich sehr verwunderlich, weil warum heißen Universitäten dann so? Der Begriff leitet sich ab vom Universum und Universum heißt im Lateinischen wörtlich Unumversum, eine Verszeile, also ein Gedicht oder Lied oder eine Wissenschaft. Alles ist in eins gekehrt. Das ist die wörtliche Bedeutung. Das ist das Versprechen der Universität. Und wenn Universitäten uns aber heute nicht die eine Wissenschaft, die Erklärung, was die Welt im Innersten zusammenhält, anbieten, sondern nur voneinander fein abgehackte Splitter oder Disziplinen des Ganzen, dann sind sie das Gegenteil von Universitäten. Dann sind sie Multiversitäten oder Polyversitäten und strengwörtlich auch Perversitäten. Das ist weder eine Beleidigung noch ein Sprachwitz, sondern ich habe dann Sprachwissenschaften unter anderem aus Verlegenheit studiert. Perverteres einfach auf den Kopf stellen, einfach verkehren. Und wenn ich verspreche von meinem Namen her, ich erschließe euch den Zugang zur einen Wissenschaft und dann kann man aber nur entweder Wirtschaft oder Technik oder Philosophie studieren oder Ökologie, dann ist das das exakte Gegenteil dessen. Und inspiriert durch diese Begriffsanalyse haben wir uns eines unserer längerfristigen strategischen Ziele in der Gründung einer ersten echten Universität gesetzt. Und die könnte vielleicht so aussehen, dass im ersten Abschnitt alle das Gleiche studieren. Also die eine Wissenschaft und die Gemeinsamkeiten, die Analogien und gemeinsamen Muster. Im zweiten Abschnitt spezialisieren wir uns dann grob auf Wirtschaft im umfassendsten Sinne vielleicht. Und im dritten Abschnitt werde ich dann Bankkauffrau. Aber dann bin ich auch gleichzeitig schon Philosophin, Ethikerin, Ökologin, Demokratietheoretikerin, Gender-Expertin und Psychologin und kann nicht die Hälfte des Schadens anrichten, den heute Banken anrichten. Ich bin dann als private oder eigentlich an meine persönliche Universität gegangen und in meinem Fall ist das die Natur. Dort finde ich immer wieder die Stille und kann auch andere Dimensionen zur Geltung zulassen. Und dann darf ich manchmal große Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Oder was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Oder was ist Sinn und Zweck des Wirtschaftens? Das war echt so. Auf die dritte Frage kam sofort blitzartig die Antwort, das Gemeinwohl. Was hättest du gedacht? Ich habe gesagt, naja, also ich eigentlich eh. Aber wenn ich an die typische wirtschaftsbildende Schule in Österreich gehe oder an eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät fast irgendwo auf der Erde oder an eine Business School und die Studierenden oder Lernenden frage, worum geht es in der Wirtschaft? Was ist Sinn und Zweck des Wirtschaftens? Dann kommt meistens Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn, sicher Profit. Und das ist was anderes. Und das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, Wirtschaft zu verstehen und auch zu praktizieren. Und jetzt kommt das zweite Bedauern, dass die Wirtschaftslehrbücher nicht mit genau dieser Unterscheidung geht es ums Gemeinwohl oder geht es ums Geld. Weil das sind ja zwei entgegengesetzte Wirtschaftsverständnisse, die, und das ist einerseits die gute Nachricht, Aristoteles vor 2300 Jahren schon auseinandergehalten und begrifflich definiert hat. Und die schlechte Nachricht, das findet sich praktisch in keinem wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuch. Obwohl das eine aus meiner Sicht fundamental wertvolle und wichtige Unterscheidung von zwei. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Wirtschaft zu verstehen und zu praktizieren. Aber allein, dass wir zwei entgegengesetzte definieren, entrinnen wir der Gefahr, dass wir glauben, es gibt nur eine Möglichkeit, die Wirtschaft zu verstehen und praktizieren. Das ist jetzt so eine kleine Nebenbemerkung für diejenigen, die schon mal gehört haben, dass manche Ökonomen sich als Naturwissenschaftler verstehen und uns erklären, wie Märkte funktionieren und uns nur versuchen beizubringen, wie die Wirtschaft funktioniert. Es gibt auch Bücher, die heißen so. So funktioniert die Wirtschaft. Es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Die Wirtschaft ist ein zu 100 Prozent menschlicher Gestaltungsgegenstand. Und Aristoteles hat uns schon gezeigt, wie zwei entgegengesetzte Wirtschaftsweisen aussehen könnten. Ökonomia ist begriffsgebend. Ökos das Haus, Nomos die Regeln, nach denen wir das Haus führen, um ein bestimmtes Ziel, ein Telos zu erreichen, nämlich das Wohl aller, hat nicht der Ludwig Erhard erfunden, sondern die alten Griechen, das Wohl aller Haushaltsmitglieder. Genau, aber da gibt es ein Ziel, weil wenn man heute, also heute gibt es nämlich kein Ziel. Wirtschaft ist das effiziente Management knapper Ressourcen. Okay, und was ist das Ziel? Es gibt kein Ziel. Das Ziel ist auf dem Weg verloren gegangen. Durch Zwischenbemerkungen lasse ich mich zu Zwischenrepliken hinreißen. Ich werde trotzdem versuchen, die 45 Minuten einzuhalten. Das Ziel ist das Wohl aller Haushaltsmitglieder, egal ob das der kleine menschliche Haushalt oder der globale Haushalt ist. Unser gemeinsames Haus, falls jemand die Enzyklika schon mal gesehen hat, da ist genau dieses gleiche Ökos drin, was sowohl in der Ökos Nomos, Ökonomie drinnen ist, als auch in der Ökos Logos. Die Ökos Logos, die Ökologie, das wäre die Naturwissenschaft. Und Logos bezieht sich auf das Verstehen des Hauses. Das ist eine Naturwissenschaft. Und die Naturwissenschaftler, die versuchen wirklich zu verstehen, wie der Planet Erde als vielleicht sogar Lebewesen und nicht nur als System funktioniert. Und die Ökonomen haben eine komplett andere Aufgabe. Die sollen die moralischen, also Nomos sind die moralischen Regeln, die ethischen Regeln definieren, nach denen wir das Haus auf eine bestimmte Weise führen. Wir können Frauen diskriminieren oder Geschlechter gleich behandeln. Wir können maximale Ungleichheit lassen oder die Ungleichheit in Grenzen halten. Wir können auf die Umwelt pfeifen oder das Haus nachhaltig managen. Das sind die Nomos, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel der Ökonomie ist das Wohl aller. Und nicht nur der unmittelbaren Hausbewohnerinnen, sondern auch aller, all derer, auf die das Wirtschaften im Haushalt eine Wirkung hat. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Geld, hat Aristoteles gesagt, ist in der Ökonomie immer nur ein Mittel. Kapital und Geld. Aber es ist nie der Zweck. Weil würde es zum Zweck, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr. Sondern ihr Gegenteil. Nämlich auf Altgriechisch Krematistike. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Die Kunst des Gelderwerbens und sich bereicherns. Heute sagen wir Kapitalismus dazu. Wir verwenden den Begriff häufig. Nicht immer haben wir eine Definition parat, wenn wir gefragt werden, was ist eigentlich Kapitalismus. Als Sprachwissenschaftler kann ich einen Mindeststandard anbieten, der lautet, hütet euch vor jedem Ismus. Weil das, was vor dem Ismus steht, wird meistens überhöht. Und ist jedenfalls, das ist gesichert, der höchste Wert in dieser Ordnung. Und im Kapitalismus ist es das Kapital. Und deshalb ist seine Mehrung das oberste Ziel. Heißt nicht, dass Menschenwürde oder Klimaschutz oder sozialer Zusammenhalt keine Ziele sind. Aber es sind nicht die höchsten, sondern nachgeordnete Ziele. Und das ist nicht nur das Problem, sondern das ist schon wieder pervers. Habe nicht ich gesagt, sondern Aristoteles gesagt. Der Kapitalismus ist die Perversion der Ökonomie. Und das ist doch eine wunderbare Erkenntnis. Wir haben nicht nur die Wahl zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern wir haben auch die Wahl zwischen Kapitalismus und Ökonomie. Weil das sind Gegenteile, sagt Aristoteles. Der Meinung muss man nicht zustimmen. Aber man sollte zumindest wissen, dass das schon einmal genauso gedacht wurde. Und in der Wahl für, naja vielleicht so viel noch, die Ökonomie ist bereits eine Gemeinwohlökonomie. Das steht, das steckt als Bedeutung im Begriff drinnen. Warum müssen wir es dann heute vorn dran stöpseln oder das sozial oder ökologisch oder ökosozial oder nachhaltig oder verantwortlich, weil die Krematisten unter den Ökonomen den Ökonomiebegriff okkupiert, seines ursprünglichen Sinns beraubt, uns den haben machen vergessen lassen und mit der gegenteiligen Bedeutung aufgeladen haben. In ungefähr sieben von zehn Fällen, wenn heute ein Ökonom oder eine Ökonomin zu uns spricht, handelt es sich eigentlich um eine Krematistin oder einen Krematisten im Gewand der Ökonomin. Und wenn wir uns eines Tages erfolgreich an den ursprünglichen Begriff erinnert haben, dann können wir das Gemeinwohl vielleicht auch wieder weglassen, weil dann ist es eh klar. Ja und jetzt kommt die nächste gute Nachricht. Bei der Wahl zwischen Kapitalismus und Ökonomie, das ist jetzt nicht wegen der Wahl, sondern das ist, weil es nirgendwo so klar steht wie in der bayerischen Verfassung. Aber Achtung, das ist keine Ausnahme von einer anderslautenden Regel, sondern das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und das ist wieder nur eine Shortlist. Es gibt noch viele weitere Verfassungen, die genau, nämlich nicht nur deutsche Landesverfassungen, sondern viele Bundesverfassungen von Demokratien auf verschiedensten Kontinenten. Und es gibt keine einzige Verfassung, die sagt, Gelderwerb oder Kapitalmehrung sind die Ziele des Wirtschaftens. Werdet ihr nirgendwo auf der Welt finden. Das heißt, keine einzige Verfassung legitimiert der Kapitalismus als Wirtschaftsordnung. Hingegen viele, viele Verfassungen legitimieren die Ökonomie, ist gleich Gemeinwohlökonomie als Wirtschaftsordnung. Manche sind sogar präzise bei der Definition der Rolle des Kapitals und sagen, ganz klar, das Kapital ist das Mittel, aber nicht der Zweck. Und warum ist jetzt diese Relation zwischen Zweck und Mittel so wichtig? Dass wir das nicht verkehren. Das zeige ich jetzt noch einmal mit einer Grafik, weil für mich das so entscheidend ist. Also das ist Kapitalismus. Zweckmittelverkehrung. Funktioniert, oder? Und das ist Ökonomie. Möglich ist beides. Aber ich will Sie nicht unterhalten, sondern ich will Sie informieren. Oder ich möchte zur Reflexion anregen, noch besser gesagt. Deshalb in Form einer Frage. Wie messen wir üblicherweise Erfolg? Primär an den Mitteln und ihrer Verfügbarkeit oder sogar Anhäufung? Oder primär an den Zielen, die wir uns mit einem Projekt setzen und der Erreichung dieser Ziele? Was ist methodisch korrekt? Korrekter. Ziel. Da dir auch sagen. Und ich, also würde ich auch sagen. Und ich kenne weltweit keine Schule des Projektmanagements oder auch des Entrepreneurship, wo gelehrt würde, den Erfolg einer Unternehmung, eines Projekts, eines Endeavors, den messt bitte zuerst an den Mitteln. Ob ein Landwirt erfolgreich ist, messen wir an der Anzahl der Werkzeuge oder der Traktoren in der Garage. Oder? Ist sinnlos? Nein. Wir müssen zuerst fragen, was sind denn die Ziele der Landwirtschaft? Und dann überprüfen wir, ob die Ziele erreicht werden. Und das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Und wenn wir das tun und blicken, wie in der Wirtschaft heute Erfolg gemessen wird, dann, und das ist der Kern der Analyse der Gemeinwohlkommie, stellen wir hier einen glatten Methodenfehler fest. Weil hier auf allen Ebenen des Wirtschaftens nicht die Erreichung des Gemeinwohlziels oder des Wohls aller oder wie immer man das bezeichnet oder paraphrasiert, das gute Leben für alle, sondern es werden die Mittel gemessen. Und das ist ein ganz klarer und glatter Methodenfehler. In einer echten Ökonomie, in der es nicht nur laut Aristoteles und vieler anderer, sondern laut Verfassungen um das Gemeinwohl geht, müsste die wirtschaftliche Erfolgsmessung so vollzogen werden. Es sei denn, es gibt noch eine Möglichkeit, das nicht als Fehler zu betrachten, nämlich wenn wir bekennende Krematisten wären. In einer echten Krematistik oder im Kapitalismus ist das die korrekte, weil im Kapitalismus geht es primär um die Kapitalmehrung oder um den Geldewerb. Aber der Kapitalismus ist nicht durch unsere Verfassungen legitimiert. Da geht es um Ökonomie und deshalb wäre die korrekte Methode der Erfolgsmessung diese hier. Jetzt könnte man noch sagen, Verfassungen gehen. Die deutsche Bundesregierung ist uns jetzt gegengekommen im Wortsinne und hat eine Repräsentativumfrage in der deutschen Bevölkerung getätigt, nämlich wollt ihr das Bruttoinlandsprodukt weiterhin als oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik beibehalten oder wollte es ablösen durch ein umfassenderes Zielsystem, wie zum Beispiel ein Gemeinwohlprodukt oder ein Bruttonationalglück. 18 Prozent der Menschen in Deutschland, repräsentativ von der eigenen Bundesregierung gefragt, haben sich für das Bruttoinlandsprodukt entschieden. Nicht 80, sondern 18 Prozent, 1, 8. Und 67 Prozent haben gesagt, eigentlich würden wir es lieber ablösen durch ein umfassenderes Indikatoren-Set, wie zum Beispiel ein Gemeinwohlprodukt oder ein Bruttonationalglück. Wie würde eine demokratische Regierung reagieren? Zweites Beispiel für die 5 Prozent absolute Demokratie. Eine demokratische Regierung würde sagen, oh, hoppala, haben wir ganz anders gemacht. Wir schreiben sofort alle Programme, Strategien und Politiken, die auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausgerichtet sind, um in Programme, Strategien und Politiken, die auf das Wachstum des Gemeinwohlprodukts abzielen. Das würde eine, wenn sie, oder sie würde die Umfrage wiederholen oder eine Volksabstimmung ansetzen. Und falls Sie ein bisschen Einblick in die österreichische Innenpolitik haben, da versuchen jetzt gerade die Regierungsparteien im Parlament, das Wirtschaftswachstum zum Staatsziel zu erheben, qua Verfassung. Es wäre der erste Staat der Erde mit dem Bruttoinlandsprodukt als Staatsziel. Deutsche Bevölkerung ganz mehrheitlich dagegen. Die zweite Umfrage, die mir aktuell bekannt ist in Großbritannien, genau gleiches Ergebnis. Die große, breite Mehrheit lehnt das Bruttoinlandsprodukt als Staatsziel ab. Ist sinnlos. Wenn alle politischen Maßnahmen darauf geprüft werden, ob sie das Gemeinwohlprodukt erhöhen, dann würden wir, ja, dann wird die Welt anders aussehen. Einmal noch das CETA-Beispiel. Es gibt für CETA zwei Hauptbegründungen. Unter den zwei Hauptbegründungen gibt es eine Erstbegründung. Und die Erstbegründung, warum die Regierungen für CETA sind, weil es ein mikroskopisches Wirtschaftswachstum bringt. Wenn aber das Wirtschaftswachstum jetzt gar nicht wichtig, wenn das vielleicht sogar irrelevant ist für die Bevölkerung, ja, dann ist damit auch die inhaltliche Legitimation. Nicht nur, dass die Mehrheit dagegen ist, sondern auch die inhaltliche Begründung der Bundesregierung hat keine Legitimation mehr. Um es gleich konkret zu machen, im Bhutan gibt es nicht nur das Bruttonationalglück. Es gibt auch den Better Life Index der OECD und den Happy Planet Index. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Alternativen zum BIP. Das wäre nämlich das nächste Argument. Es gibt ja noch kein Gemeinwohlprodukt. Aber es gibt eine Reihe von Alternativen und es gibt zum Beispiel das Bruttonationalglück. Und das Bruttonationalglück finde ich deshalb so charmant, weil da die Haushalte befragt werden in Bhutan. Die Eukui. Wie geht es euch im Vergleich zum Vorjahr? Wird es euren Kindern einmal besser gehen als euch? Bei der Frage würden wir in Deutschland schon straucheln, wenn wir das 1970 abfragen. Sicher, sehr klar. Und heute zwischen Magenflauen und Magenschmerzen. Vertrauen sie ihre Nachbarn und Nachbarinnen? In Deutschland muss man in jedem zweiten Haushalt fragen, kennen sie ihre Nachbarn und Nachbarinnen? Vertrauen sie der ersten Person, der sie auf der Straße begegnen? Vertrauen im öffentlichen Raum hat sich in Deutschland seit den 1970er Jahren halbiert. Minus 50 Prozent Vertrauen im öffentlichen Raum. Ist das Vertrauen irrelevant? Kommt das im General Stochastic Equilibrium Model der EU-Kommission vor? Vertrauen als makroökonomische Kernkategorie. Aber im Ernst, Hausaufgabe, stellt euch eine Welt vor, in der ihr jedem Menschen blind vertrauen könnt. Jedem. Und was das für eine Lebensqualität wäre. Für ein Lebensgefühl, sagen wir in Österreich. Und dann zum Vergleich eine Welt, in der wir jedem Menschen misstrauen müssen, weil das Vertrauen so gering geworden ist. Ich finde, das sollte in jedem makroökonomischen Modell vorkommen. Und es ist jedenfalls ein dramatischer Abfall an Lebensqualität. Wie geht es dem Wald? Kann man im Fluss in der Spree fischen und die Fische essen? Selbstzusagen kann man in der Spree schwimmen ohne Gesundheitsrisiko? Manchmal wird man so rot. Oder kann man das Spreewasser trinken ohne Gesundheitsrisiko? Wir schlagen nicht vor, dass wir jetzt der Copy und Paste mit dem Modell des Brutans machen sollen, sondern dass wir uns in unserer Lebensgemeinde, sei das Berlin oder Hamburg oder Köln oder Bremen oder wo auch immer oder München, als freie und souveräne Bürgerinnen versammeln. Und die für uns 20 wichtigsten Zutaten von Lebensqualität zum kommunalen oder regionalen Gemeinwohlindex komponieren. Und den könnten wir dann demokratisch aufskalieren zum Gemeinwohlprodukt. Und wenn dieses wächst, haben wir 100 Prozent Garantie, dass wir entweder gesünder oder zufriedener und glücklicher oder solidarischer oder nachhaltiger oder demokratischer oder friedlicher. Also irgendetwas, worauf es tatsächlich ankommt im Leben. Das werden die ökonomischen Kernkategorien demokratisch komponiert von uns. Während hingegen, wir das Bruttoinlandsprodukt wächst, haben wir dann die Garantie, dass sich auch nur eine der jetzt exemplarisch aufgezählten Qualitäten verlässlich verbessert hat. Nö, es kann sein, dass das BIP munter weiter wächst und alle anderen Aspekte von Lebensqualität sich sogar verschlechtern. Und von daher müsste man sagen, ist es nicht die größte anzunehmende Ineffizienz in der Erfolgsmessung einer Nationalökonomie? Und um diese Frage ohne Gesichtsverlust für irgendjemanden zu beantworten? Nein, aus krematistischer Sicht ist das maximale Effizienz, weil da geht es primär um die Geldvermehrung. Und alles andere wird als eine automatische oder erhoffte Folge des maximalen Geldgebirges betrachtet und erwartet. Aber aus ökonomischer Sicht sollten wir in Zukunft ein Gemeinwohlprodukt bevorzugen. Der zweite verlässliche Zusammenhang, den die Gemeinwohlökonomie versucht herzustellen, ist zwischen individuellem Erfolg und kollektivem Erfolg. Sprich, ein Unternehmer, das erfolgreich ist, soll gleichzeitig die Gesellschaft als Ganze erfolgreicher machen. Das, was in der ersten Umfrage vermisst wurde. Aber wenn es die Gesellschaft für das Ganze gar nicht gibt, Margaret Thatcher, dann ist das wurscht. Weil dann schauen wir nur auf das Unternehmen und dann fällt uns ja auch gar nicht auf, dass das Unternehmen seinen Erfolg in einer Kategorie misst, der vielleicht für die Gesellschaft nicht nur irrelevant ist, sondern vielleicht sogar schädlich. Und plötzlich haben wir einen Teil der Unternehmen, die nicht zum Wealth of the Nation beitragen, sondern zur Poverty und zur Misery of the Nation. Ich zitiere Adam Smith, der von diesem verlässlichen Zusammenhang geträumt hat. I have a dream, hat er gesagt. Aber wie das genau geschieht, also ich hoffe halt, dass es von selber automatisch sich... Und einmal auf 800 Seiten im Wohlstander Nation hat er noch die unsichtbare Hand dazwischen geschaltet, als Gemeinwohlbeauftragte. Aber er hat es dann vergessen zu beschreiben und darum kann es ja nicht wirken und darum gibt es das auch gar nicht. Aber wir sind es, das ist eine super Idee. Und uns haben wir sichtbar gemacht als Gemeinwohlbilanz, die genau diesen Zusammenhang sicherstellt. Nämlich nur, wenn Unternehmen auch gleichzeitig die Gesellschaft reicher machen, nur dann werden sie auf den Märkten bestehen können. Sollten sie die Gesellschaft ärmer machen, werden sie selbst auch in die Insolvenz gehen. So viel noch, wir wissen heute aus der Spieltheorie, wenn wir Foulplay und Fairplay gleichzeitig zulassen, wer setzt sich dann durch? Wer setzt sich der Fairplayer oder die Foulplayer? Die Skrupellvolleren oder die Skrupelloseren? Also laut Spieltheorie setzen sich die Skrupelloseren durch. Und das beobachten wir heute auf den, zumindest nicht nur auf den internationalen Märkten. Und deshalb braucht es laut Spieltheorie die Sanktionierung derer, die defektieren, also die Faul spielen. Aber nicht nur mit Gesetzen, sondern wie, das werden wir gleich sehen. Wie kann die Gemeinwohlbilanz messen, was der Gesellschaft wichtig ist? Also wie kann der Erfolg der Gesellschaft gemessen werden? In den höchsten Kategorien einer Gesellschaft. Und welche sind die höchsten Güter einer Gesellschaft? Ihre Verfassungswerte. Auf der grünen Achse seht ihr genau keinen neuen Wert, sondern wir haben das, was in den Verfassungen von Demokratien enthalten ist, hier abgebildet. Und wir messen das authentische und tatsächliche Leben dieser Werte gegenüber allen Berührungsgruppen. Von den Zulieferbetrieben bis zu den zukünftigen Generationen. Und die Themen in den Schnittflächen, da haben wir schon seit vielen Jahren lange getüftelt und haben versucht, die relevantesten Themen zu beschreiben. Und eine Elfjährige aus Barthelona hat die beste Zusammenfassung geliefert. Sie hat gesagt, Christian, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen und das, was du uns so erzählst, dieses Narrativ, ist genau die Welt, die wir Kinder von heute uns für morgen wünschen. Ich möchte meinen Beitrag leisten und in meiner Grundschulklasse ein Referat über die Gemeinwirkung erhalten. Und nur um sicherzugehen, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich habe verstanden, dass die Gemeinwirkungsmist, ob ein Produkt überhaupt Sinn macht. In der Bedeutung, dass menschliche Grundbedürfnisse abgedeckt werden. Wie die Umweltauswirkungen und auf das Weltklima sind. Wie die Arbeitsbedingungen, wie menschlich sie sind. Wie gerecht verteilt und wie demokratisch entschieden wird. Habe ich dich da richtig verstanden? Wie gesagt, Viktoria, mit deiner Erlaubnis werde ich deine Zusammenfassung ab heute in meinen öffentlichen Vorträgen verwenden, weil besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja, nun gibt es ja schon einige Nachhaltigkeitsberichte und vielleicht habt ihr schon mal von GRI oder Global Compact oder Deutscher Nachhaltigkeitskodex oder B-Corporations gehört. Und hier tut sich gerade eine Vielfalt auf. Und wir sind deshalb in die Perspektive der Gesellschaft gegangen und haben uns gefragt, ja, wir müssten jetzt diese Standards morgen aussehen. Morgen gibt es übrigens genauso wie es heute einen gesetzlichen Finanzbilanzstandard gibt, der vom Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Und erst wenn das Testat vorliegt, gibt es Rechtsfolgen. Wird morgen hoffentlich es einen gesetzlichen Ethikbilanzstandard geben, der vom Gemeinwohlauditor geprüft wird. Und erst wenn das Testat des Gemeinwohlauditors vorliegt, gilt diese Bilanz und es treten Rechtsfolgen in Kraft. Kleiner Vorgriff auf die Blume. Weil die Meta-Anforderungen aus der Sicht der Gesellschaft, die sind natürlich ein bisschen abstrakt und ein bisschen sperrig. Und wir haben versucht, wie kann man das in einen leicht merkbaren Begriff fassen. Und da ist uns die Blume eingefallen. Es ist jetzt Englisch. Blume ist binding, das heißt nicht freiwillig, sondern gesetzlich verpflichtend, genauso wie die Finanzbilanz. Legal Incentives, das heißt wir knüpfen Anreize, das werden wir gleich sehen. Universal, wir lassen nichts Wesentliches aus. Und die Unternehmen dürfen sich nicht selbst aussuchen, worüber sie berichten und vor allem worüber sie nicht berichten, sondern das ist genau vorgegeben, worüber sie berichten müssen. Einschließlich Eigentumskonzentration, einschließlich Eintrag ins Lobbyregister, einschließlich Verwendung von Steueroasen, einschließlich genauen Angaben zur Ungleichheit. M für messbar und vergleichbar und E für extern auditiert. Also die Blume ist eine Blume mit Biss, um das so zu sagen. Und wir stellen uns vor, dass auf jedem Produkt das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz aufscheinen muss. Das ist jetzt das Zeithandy. Und uns die gesamte Geschichte erzählen muss. Nämlich, wo wurde ich hergestellt, von wem, unter welchen Arbeitsbedingungen, mit welchen Umweltauswirkungen, mit welchen seltenen Erden. Ist das ein solidarisches und faires Unternehmen oder ein kannibalisches? Wie viele Steuern zahlt es und wo? Finanziert es Parteien oder Lobbygruppen, die sich für das Wohl, für das Einzelwohl dieses Unternehmens auf Kosten des Gemeinwohls einsetzen? Wenn wir das als relevante Informationen betrachten, sind die Verfügbarkeit dieser Informationen, nämlich die lückenlose Verfügbarkeit dieser Informationen auf den Märkten eine Voraussetzung für effiziente Märkte, laut Lehrbuchtheorie. Weil die Effizienz der Märkte durch die Rational Choices, ich glaube die Theorie nicht, aber ich zitiere sie, weil viele daran glauben, durch die Rational Choices, die können ja nur dann erst getroffen werden, wenn die wesentlichen Informationen vorliegen. Wenn ich aber nicht weiß, ob die Menschenrechte verletzt werden oder nicht. Wenn ich nicht weiß, ob die Artenvielfalt verringert wird oder nicht. Wenn ich nicht weiß, ob dieses Unternehmer Steuern zahlt oder nicht, ja, wie kann ich dann eine sinnvolle Entscheidung greifen? Also Transparenz macht die Märkte effizienter, aber dadurch noch nicht zwingend effektiver. Das ist der letzte Begriff, durch den wir durch müssen, weil effizient kann ja bedeuten, dass ich doppelt so schnell in die falsche Richtung fahre, vor allem wenn mir das Ziel nicht klar ist, oder dass ich den Regenwald doppelt so schnell kahl rode. Das ist auch effizienter, aber es ist noch nicht effektiver. Und wie können wir uns jetzt der Effektivitätsfrage, der Zielgerichtetheit der Wirtschaftsordnung und der Spielregeln für die Wirtschaft nähern, mit der Preisfrage. Das ist das Preisverhältnis zwischen den fairesten, nachhaltigen, verantwortlichsten, ethischsten Produkten im Verhältnis zu den Dumpingprodukten in allen Disziplinen. Sind die ethischen Produkte die billigeren in der Regel? Oder die teureren in der Regel? In der Regel haben sie höhere Kosten, weil sie externalisieren sie nicht, sondern sie internalisieren. Das heißt, sie haben höhere Kosten und höhere Preise. Und dadurch haben die Damper in allen Disziplinen einen Wettbewerbsvorteil. Eigentlich ist das eine massive Wettbewerbsverzerrung zugunsten derer, die unsere Verfassungsfährte mit den Füßen treten. Das ist eine unethische Marktwirtschaft. Eine ethische, da wäre es andersrum. Wenn die Marktwirtschaft als Naturgesetz angesehen würde, dann könnten wir das nicht ändern. Das habe ich vorhin kurz erwähnt. Und das war auch schon Thema hier. Dann könnten wir nur unsere Konsumentinnen Demokratie und Freiheit so austoben, indem wir die ethischen Produkte kaufen, obwohl sie teurer sind und die Märkte uns für diese Wahl bestrafen in ökonomischen Kategorien. Was für eine Freiheit. Diese Freiheit haben wir hier auch. Aber zuerst nehmen wir uns die Freiheit, indem wir sagen, Märkte sind keine Naturphänomene, sondern sind zu 100 Prozent Menschen gemacht. Darum kann man das so, so oder so. Das würde ausreichen. Weil wenn die unethischen Produkte teurer sind als die ethischen, hätte ich gleich wie heute die Freiheit, sie zu kaufen. Aber wer wird das tun, wenn die teurer sind? Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie schaffen wir das? Durch Anreize, die es heute schon alle gibt. Wieder nichts Neues, sondern die konsequente Knüpfung dieser Anreize an das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz. Beispiel im öffentlichen Einkauf fragt die Stadt Berlin zuerst nach den Gemeinwohlbilanz. Und nachdem die Orangen und Roten ausgesiebt wurden, wird bei den Grünen und Gelben der Preis verglichen. Weil Effizienz ist ja nichts Schlechtes. Nur zuerst muss das Ziel feststellen, feststehen. Und dann können wir uns auch der Effizienz bedienen. Steuern, die fairesten Unternehmen, die zahlen wahrscheinlich keine Körperschaftssteuer. Aber je unfairer, desto höher, warum nicht das doppelte, dreifache oder sogar vierfache des Regelsteuersatzes. Das gleiche im internationalen Handel. Die fairesten handeln am freisten und die unfairesten am unfreisten. Das wäre dann ein ethischer Welthandel statt diesem missverstandenen Freihandel. Und die Banken machen, bevor sie die finanzielle Wirtschaftlichkeitsprüfung machen. Und das muss ich jetzt noch kurz sagen, heute betrachten Ökonomen eine Investition. Das ist so die Grundeinheit der Schaffung von Zukunft. Weil wenn wir heute Ressourcen von Arbeitskraft und Kreativität und auch Geld in die Zukunft gießen, dann entsteht dadurch die morgige Wirtschaft. Und heute betrachten Ökonomen eine Investition als erfolgreich, wenn ein Financial Return on Investment zurückströmt. Also eine Finanzrendite. Das ist ausreichend. Und wenn die Finanzrendite double digit, zweistellig ist, dann schlagen Sie nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Himmels Willen, jetzt sind wir übers Ziel geschossen, sondern Sie sagen, yeah, voll geil. Zweistellige Finanzrendite. Obwohl eine zweistellige Finanzrendite sagt die irgendetwas Verlässliches über die Wirkung dieser Investition auf die Umwelt, auf das Klima, auf den sozialen Zusammenhalt, die Verteilungsgerechtigkeit, die Menschenwürde, Genderverhältnis oder Demokratie aus, wieder überhaupt nichts. Das ist ein unglaublich blinder Fleck der Ökonomie. Deshalb machen die Gemeinwohlbanken, GLS Bank, Genossenschaft für Gemeinwohl, zuerst die ethische Risikoprüfung. Und nur wenn keine Grundwerte angetastet und beschädigt werden, wird auch die finanzielle Risikoprüfung gemacht. Und wenn beide bestanden werden, fließt das Geld, wohin es fließen soll, in eine umfassend nachhaltige und ethische, in eine tatsächlich ökonomische Entwicklung. Und das ist das Ende dieses Kerns. Die Zusammenfassung aus unserer Sicht ist, dass wir die Systemspielregeln von Gewinnstreben und Konkurrenz umschreiben auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. In der Hoffnung, dass diese Systemspielregeln das Wirtschaftsgeschehen in die gleiche Richtung steuern, wie heute schon die Verfassungswerte und Beziehungswerte weisen. Während hingegen diese Systemspielregeln den Effekt haben, dass in der Wirtschaft unsoziales und rücksichtsloses Verhalten mit Erfolg belohnt und gekrönt wird. Und das ist die wichtigste Ursache, warum wir auf den internationalen Märkten nicht nur Geierfonds und Hochfrequenzhandel und Schattenbanken und Steuerparadiese beobachten, sondern ein Grasieren von Egoismus und Gier und Geiz und Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Und ausgerechnet die Ökonomen, die am wenigsten von der Menschennatur verstehen, sagen, ja, das ist die Menschennatur. Das ist sie aber nicht, sondern das sind die unintelligenten Systemspielregeln. Und die kann man ändern. Die Menschennatur wird durch die Gewinnung überhaupt nicht geändert. Es wird kein neuer Mensch geschaffen, sondern es werden einfach nur statt unsere Schwächen belohnt, unsere Tugenden belohnt. Und das hat dann natürlich einen systemischen Effekt. Ich muss zum Ende kommen. Ich erwähne nur, dass wir, das war der Kern und dann gibt es noch viele weitere Ideen. Dafür sind aber die demokratischen Prozesse vorgesehen. Ich zeige noch ein paar Fotos und dann, genau. Also ich habe schon erwähnt, die Vereine. Am Anfang waren es zwölf Unternehmen. Heute sind es 2300, die die Bewegung unterstützen. Und 500 davon haben eine Gemeinwohl-Bilanz bisher erstellt. Die typischen Gemeinwohl-Betriebe sind Kleinunternehmen, Kleinst-Ein-Personen-Unternehmen und einige Mittelständler. Wir sind aber auch schon mit einer Reihe von DAX-Konzernen im Gespräch. Die erste Bank mit Gemeinwohl-Bilanz in Deutschland ist die Spader Bank München, die dafür einen Nachhaltigkeitspreis letzte Woche oder vor zwei Wochen bekommen hat. Wir sind mit immer mehr Gemeinden auch im Zusammenarbeit. Wir bilanzieren auch mittlerweile Gemeinden. Und die Gemeinden sagen, die Welt gerät aus den Fugen und wir brauchen irgendeine Form von Kit. Und diesen Kit sehen Sie in der Gemeinwohl-Bilanz. Stuttgart hat nicht nur Kommunalbetriebe bilanziert, dank der Initiative der Grünen. Das kann man hier ganz faktisch aussprechen, sondern fördert auch gemeinwohlbilanzierende Betriebe. Und wir haben einen ersten Gesetzeserfolg in Valencia. Dort werden nicht nur alle Unternehmen mit Gemeinwohl-Bilanz landesweit registriert in einem öffentlichen Register, sondern es werden dann Anreize von öffentlichem Einkauf, Wirtschaftsförderung und Steuern, sogar Kommunalsteuern dran geknüpft. Der höchste politische Erfolg war des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Der hat beratende Funktion, aber ist ein offizielles EU-Organ. Und er hat eine zehnseitige Stellungnahme zur Gemeinwohlökonomie. Diese mit 86 Prozent angenommen und die Europäische Kommission aufgefordert, sie in den Rechtsbestand der EU zu integrieren. Ja, jetzt ist die Zeit um und mein Spiel ist nicht gespielt. Jetzt müssen wir entweder auf das Spiel verzichten oder ich kriege noch fünf Minuten oder ich kann es nachher auch machen. Ich baue es dann bei Gelegenheit. Wenn wir dann über die Demokratie diskutieren, baue ich es dort ein. Dann kann ich jetzt da abschließen mit einer Einladung zu mitmachen als Person, als Unternehmen, als Kommune oder als Bildungseinrichtung. Wir haben viele, viele niederschwellige Instrumente und es gibt immer mehr Prominente, die uns ermutigen, uns an der Ko-Kreation dieser Alternative zu beteiligen. Mit dieser Einladung schließe ich und danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Christian. Wie ich schon angekündigt habe, wird jetzt, du kommst zu uns runter, wir gehen nachher zu dritt hoch. Nimm bitte hier Platz. Danke, lieber Christian, für den schönen, schönen, umfassenden und auch mutmachenden Vortrag. Bitte schön, Dieter, du hast jetzt die Gelegenheit zu einem Kommentar. Ja, servus. Ich komme gerade aus Bayern. War schön. War übrigens mal Österreicher bis 2004, aber ich habe dann gewechselt. Aber das soll heute nichts zur Sache tun. Meine Rolle ist ja die der Frage, was macht die Politik und wie sind wir in der Umsetzung? Und Satz eins ist, wie sind wir beim Thema Klimakrise bekämpfen? Ja, wir schaffen es nicht. Also wir sind überhaupt nicht auf dem Weg. Die Trends sind schlecht. Und das ist nicht nur ein Erlebnis des letzten Sommers, sondern das sind die Kennzahlen, die wir haben in den internationalen Kontexten. Also du hast es ja am Anfang gesagt, zwei Grad Ziel. Momentan würde ich sagen, wir steuern auf vier bis fünf zu. Und die Politikaussagen sind zwar in den Verträgen verankert, aber du hast in den kurzfristigen Maßnahmen das nicht drinnen. Also du hast keinen Kohleausstieg in Deutschland. Du hast in den globalen Szenarien, ich war jetzt gerade in China eine Woche, die bauen zwar die meisten Windmühlen und Solarpaneelen auf der Welt, aber sind auch Weltmeister in den fossilen Technologien. Ein gigantisches Wirtschaftswachstum, was auf der Welt stattfindet. Also pessimistische Prognose erst mal. Und jetzt kommen wir zu den guten Botschaften. Und die fangen vielleicht sogar mit Bayern ein Stück weit an, weil es was gerade stattfindet und was nicht nur hier ist. Und ich habe vor vier Jahren auch schon mal die Ehre gehabt, im Bayerischen, wo ja auch die Gemeinwohlökonomie stark unterwegs ist, mit Christian Felber zu diskutieren. Es findet gerade, zumindest bei uns jetzt hier, so ein Erwachen der Zivilgesellschaft statt, weil ohne das wird die Wende nicht funktionieren. Das sage ich fast schon als Hilferuf, auch aus grüner Perspektive, dass wir festgestellt haben, in Bayern gerade, es war zwar schön, dass wir gut abgeschnitten haben, aber entscheidend war am Ende, dass plötzlich ganz viele Menschen auf der Straße waren und sich zum Beispiel auch für wirtschaftsethische Themen brennend interessieren, weil sie das Gefühl haben, wenn ich mich jetzt nicht engagiere, dann geht es wirklich den Bach runter. Weil es kommen ja auch ganz andere Trends gerade und Entwicklungen rein. Schauen wir nach Brasilien. In Brasilien wird wahrscheinlich, nach allen Prognosen, jetzt ein Präsident gewählt, der nicht nur rassistisch ist, faschistisch ist, sondern der auch anfangen wird, den Regenwald abzuholzen, wenn er es kann, und der den Klimawandel nicht akzeptiert und wie Donald Trump versuchen wird, auszusteigen aus dem Abkommen. Also das sind auch weltweite Perspektiven. Wenn man das alles weiß, dann weiß man, wir leben in einer ernsten Zeit, aber Krisen sind ja immer auch Chancen. Jetzt komme ich so ein bisschen aufs Programmatische, auch wo ich herkomme. Also ich bin jetzt bei den Grünen auch schon eine Zeit dabei. Bin auch einer, der immer versucht hat, zu denken viel. Meine Unruhe merkt ihr hier auch. Das Denken ist das Wichtige. Wir müssen aber in Phasen der Umsetzung reinkommen. Also ich habe einen Think Tank gegründet, die transformateure.de, könnt ihr nachschauen. Ich habe gerade ein Papier gemacht mit anderen Autoren, um die Frage der Digitalisierung und Ökologie zu verbinden, halte ich für ganz wesentlich, weil die digitale Transformation, in der wir uns gerade befinden, die hat ebenso drastische Auswirkungen auf viele Bereiche des täglichen Wirtschaftens, des Kapitalismus in Reinstform ist aber auch eine Chance der Kollaboration, die wir noch nie hatten untereinander. ökodigital.de, da haben wir versucht, mal diese Perspektiven auch aufzuschreiben. Und ich habe in über zehn Jahren über tausend Unternehmen besucht, mache das weiterhin, nicht nur gemeinwohlorientierte, auch welche, sondern auch solche wie ThyssenKrupp und Airbus und so weiter, also auch die Industrie, weil eine Erkenntnis, glaube ich, auch grüner Politik, und ich meine gar nicht grünen Parteipolitik, sondern ökologischer Politik muss ja sein, Silo-Denken funktioniert nicht. Und das habe ich auch bei der Gemeinwohlökonomie immer verstanden. Also man muss das ökologische und ökonomische zusammendenken, aber dann auch vor Ort mit den Akteuren diskutieren und versuchen, Bündnispartner zu finden. Das ist ein ganz zentraler Ansatz und da müssen sich auch Umweltbewegungen, ökologisch Interessierte dem mehr stellen, dass das ökonomische und das ökologische in eins gehört. Und dass das zusammengedacht wird mit dem Sozialen und dass daraus dann ein System entsteht und das System ist Mensch. Das sind wir. Und das müssen wir abbilden. Und das steht in der Bayerischen Verfassung. Das steht da immer schon drin. Deswegen könnte ich mich jetzt zurücklehnen. Wir kriegen eine neue Regierung, da werden wir wahrscheinlich nicht dabei sein, aber die wird sich dann dem schon orientieren. Aber das ist natürlich, was in der Verfassung steht. Vielleicht kriegen wir den Klimaschutz ja auch demnächst rein. Da sehe ich übrigens den Wolfgang Strengmann-Kuhn aus unserer Fraktion auch noch hallo. An dem Thema haben wir auch gearbeitet. Das alleine reicht ja nicht. Wir brauchen ja jetzt Bewegungen. Und wir haben als Grüne Fraktion zum Beispiel einen nationalen Wohlstandsindex erarbeitet mit Professor Diefenbacher, also Korriphäen aus der Wissenschaftsszene, die ungefähr das, was Christian Fellber geschildert hat, versucht hat abzubilden, nämlich verschiedene Kriterien, wie wir Wohlstand messen. Also Bildung, soziale Spaltung, natürlich der ökologische Fußabdruck und vieles mehr. Wir haben uns auch mit dem Wachstumsbegriff auseinandergesetzt in der letzten Fraktion. Das war auch mühevoll, muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil auch innerhalb der Grünenbewegung und Partei ist die Vorstellung, also ich bin ja auch keiner, der was gegen effiziente Marktwirtschaft hat. Die Marktwirtschaft ist ja ein Allokationsmodell, um Güter gut umzuverteilen. Aber der Kapitalismus und die Marktwirtschaft sind erstmal zwei verschiedene paar Dinge. Und die Vorstellung, dass ich auf Wachstum konzentriert sein muss, das ist auch in ökologischen Kreisen nicht aus dem Kopf zu kriegen zum Teil. Die Frage ist, ist das Gegenteil Postwachstum? Und was ist das für eine Perspektive? Ist das eine Deindustrialisierung? Würde ich sagen, nein. Eine deindustrialisierte Gesellschaft innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, wo jeder Landkreis mindestens ein großes Unternehmen hat, der Kernindustrien. Und wenn ich weiß und schaue ein bisschen in die Welt, dass die Produktion der Güter nicht unbedingt besser wird, wenn sie außerhalb von Deutschland stattfindet. Also das sind auch Widersprüche, die wir auflösen müssen, um mal in ein paar Kontexte reinzukommen. Auch beim Thema Handel, da bin ich nicht so ganz. Also wir Grüne haben uns klar positioniert gegen TTIP, auch gegen CETA. Aber ich glaube, CETA, ob es jetzt kommt oder nicht, werfe ich jetzt mal hier in den Raum, ist nicht die entscheidende Frage, ob die gemeinwohlekonomische Orientierung der Weltwirtschaft vorangeht. Das ist mir zu überhöht. TTIP ist mit den USA. Da reden wir über die zwei größten Handelsräume der Welt. Aber CETA ist Kanada. Und es war ausverhandelt. Und dass man dann demokratisch sagen kann, was ausverhandelt ist, muss irgendwie dann, dann begann die Bewegung gegen CETA erst danach, als dem es durch war, so ungefähr. Also da gibt es auch demokratische Regularien, wo man den Staaten dann vielleicht nicht vorwerfen kann, dass sie das, was sie vor fünf Jahren beschlossen haben, dann auch einhalten, wenn sie es vereinbart haben. Da gab es nämlich keine Protestbewegung. Da müssen sich auch manche mal hinterfragen. Was sind die Symbole, glaube ich? Die Symbole, um diese Orientierung zum Gemeinwohl zu schaffen. Ich glaube, das ist CETA nicht in erster Linie TTIP mehr. Gut, vielleicht noch nach vorne gerichtet. Was brauchen wir? Was brauchen wir jetzt? Diese Orientierung, die Christian Felber beschrieben hat, die ist heute viel, viel stärker in den handelnden Akteuren der deutschen Wirtschaft zumindest. Und die kenne ich gut. Verankert, als sie es noch vor zehn Jahren war. Vor 20 Jahren war ich noch nicht so unterwegs. Also das Denken ist da. Ich glaube, dass viele Entscheiderinnen und Entscheider sind ja leider noch immer viel zu viele so wie ich, also Männer. Das merkt man auch heute noch. Gerade in Deutschland ist das fast schon ein Phänomen, weil wenn man nach Skandinavien zum Beispiel geht, da hat sich das schon deutlich geändert. Da sind Frauen auch, das ist übrigens auch ein Teil der Lösung, Richtung Gemeinwohlorientierung, sind Frauen ganz anders verankert, nicht nur in Aufsichtsräten, sondern die führen dort auch Unternehmen, übrigens auch Start-ups in einer anderen Art und Weise. Aber was ich sagen will, also Bündnispartner sind schon da. Ja, eine Zivilgesellschaft ist auch da. Und selbst in Bayern ist sie da. Man merkt es ja. Auch reicht noch nicht so ganz, aber es bewegt sich was. Und das geht nicht von links oder rechts, sondern das geht tief rein ins konservative Spektrum. Auch die CSU hat eine Programmdiskussion über die Gemeinwohlorientierung geführt. Finde ich sehr gut. Das sollten die machen. Das ist auch eine Herausforderung an das progressive Lager. In so einer Zeit, wo es Wandel braucht, brauchen wir nicht nur Verbündete, die wir selber kennen. Also brauchen wir ein breites Bündnis. Und auch das hat, glaube ich, Christian Felber immer versucht, indem er sich ja auch über die Parteien gestellt hat, was ich für richtig halte, was absolut notwendig ist, um auch Bewegung zu schaffen. Aber was wir am Ende brauchen, natürlich sind das diese Maßnahmen der Bilanzierung. Ich habe 300 Milliarden Fördergelder, die ich vergeben kann im Bereich der Kommunen, wenn ich die Stadt München, die eine der reichsten Städte Europas ja fast ist, öffentliche Beschaffung, genau, es dazu anreizen kann, was die auch schon versuchen, zumindest in vernünftigen Ansätzen, in dem Bereich zu investieren, wo es gemeinwohlorientiert ist, das Bilanzieren, wie es in anderen Bereichen auch stattfindet. Und das werden mehr und mehr und mehr. Dann kriege ich einen Effekt. Und der Effekt ist positiv sozial. Er ist auch positiv für CO2. Das ist eine Bewegung. Ein Mitglied unserer Bundestagsfraktion, Gerhard Schick, geht jetzt raus aus dem Bundestag, ist ja was Bemerkenswertes, freiwillig, gibt es ganz selten. Und er gründet eine NGO, die Finanzwendebewegung. Ich glaube, die Homepage heißt auch so, Finanzwende. Die sind gerade am starten. Der an die Grundlagen des Kapitalismus geht, er macht das nicht alleine, geht auch raus aus dem Bundestag, damit es eben kein grünes Ding ist, sondern eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung werden kann. Also auch die Frage, wie wir den Kapitalismus an der Wurzel anpacken. Also die Frage, wie wir Finanzinstrumente transparent machen, aber auch Eigenkapital bereitstellen müssen und nicht mehr diese Spekulationsblasen haben, die wir gerade im Immobilienmarkt haben. Die große soziale Frage, auch in Berlin, in vielen Städten, ganz Deutschland, ganz Europa, ganzen Welt im Prinzip. Das sind Fragen, die angegangen werden müssen. Die Frage, wie wir den Wohlstand messen, ist eine zentrale Frage, aber ich sage ganz am Schluss, und das ist vielleicht die Kontroverse auch ein Stück weit, oder vielleicht auch nicht, aber die entscheidende Frage ist, ob man Machtentscheidungen treffen kann in der deutschen und europäischen und globalen Wirtschaft. Und Machtentscheidungen heißt, fossil versus erneuerbar, heißt natürlich, Wertschöpfungsketten muss ich abbilden oder nicht, weil wenn ich sie nicht abbilden muss, dann kann ich ein Stück weit machen, was ich möchte, weil ich bin global, heißt auch, wo kann ich besteuern, kann das sein, dass der Amazon ein Fünfzehntel der Steuern zahlt wie der Walmart und dann kauft er uns den Edeka, der ohne dies die Bauern schon auspresst bei uns und macht dann nochmal den Umsatz zu Kosten der Menschen. Das sind Machtentscheidungen und da stehen Menschen dahinter, die Macht behalten wollen und andere, und das sind die Mehrheit, die sie eigentlich einfordern müssten. Also, letzter Satz, am Ende liegt es schon ziemlich stark an Ihnen und dass Sie ein paar mehr werden, und uns treiben und von mir aus auch andere als mich, wer es auch immer macht in der Zukunft, aber diese Entscheidung, die muss von der Zivilgesellschaft getrieben werden und in dem Sinne freue ich mich jetzt auf eine Diskussion. Danke. Applaus Da außen kannst du gerne sitzen. Wir kriegen auch ein Wasser, ja. Ja, Christian, möchtest du auf Dieter gleich einmal kurz reagieren oder steigen wir munter in die Diskussion ein? Also erstens sind Sie auch gleich dran mit Ihren Fragen. Wir wollen jetzt hier wirklich Sie auch teilhaben lassen und du, auf jeden Fall möchte ich auch das Spiel machen, weil das ist Teil auch von Erkenntnis, ja, an diesem Spiel teilzunehmen von, von dir, Christian. Das wäre sozusagen der einzige Punkt, wo ich richtig innerlich ein bisschen angeht, die Macht, welche sind die Machtfragen? Ja, da kommen wir gleich drauf. Ja. Also ich habe jetzt erstmal eine, nochmal auch eine Frage an dich, Dieter. Vielleicht nochmal etwas so, kannst du auch schildern, die Grünen sind derzeit dabei, ein Grundsatzprogramm zu erarbeiten und bei diesem Grundsatzprogramm muss es ja auch nochmal darum gehen, von welchem ökonomischen Blickwinkel aus, ja, eigentlich die Probleme dieser Welt gelöst werden sollen. Ist es das Modell, was Christian zum Beispiel an die Wand gezeichnet hat, die Wiedereinbettung der Ökonomie in die ökologischen und in die soziale Sphäre, es wäre ja auch ein bisschen Polanyi, also die Rückbettung der Wirtschaft, die Subsummierung der Wirtschaft im Kontext gesellschaftspolitischer Ziele, gemeinwohlorientierter Ziele, ist es denkbar, dass das ein wichtiger programmatischer Ausgangspunkt wird, der Überlegungen der Grünen für das Grundsatzprogramm. Also die Gemeinwohlökonomie oder ob wir es genauso benennen als Ziel, die Orientierung der Wirtschaft einem Gemeinwohl, ja, was wir aber auch haben werden, ist sicherlich die Frage, wie wir in einem Kapitalismus, der disruptiv sein kann, also schnell sein kann, um Markteinführungen zu machen, Technologien in den Markt kriegen, das klingt jetzt vielleicht technisch, aber ist sehr real, also erneuerbare Technologien, diejenigen digitalen Technologien, die gut sein können, auch um die Klimakrise zu bekämpfen, das sind beileibe nicht alle, Maßnahmen in der Industrie, also die ganze Frage von Industriepolitik und das lässt sich nicht eins zu eins nur mit der Matrix der Gemeinwohlökonomie in der kurzen Sicht beschreiben, weil da geht es jetzt einfach auch um Industriepolitik, will ich CO2-Steuer, schnell, ja, wollen die Grünen, wenn die kommt, kommt die europäisch, vielleicht perspektivisch mehr als europäisch, dann ist ein Kapitalismus natürlich auch in der Lage, was Gutes zu tun, nicht durch die Wachstumsorientierung, aber durch die Einführung von neuen Technologien, um die Fossilen zu vernichten, muss man auf den Punkt zu bringen, ja, und da ist ein Widerspruch, den könnten wir ja vielleicht mal diskutieren, aber den kann ich gar nicht auflösen, aber der ist da, weil wir wollen ja jetzt nicht nur Kriterien einführen, die langfristig wirken, sondern wir wollen auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren sichtbare Erfolge erreichen und das geht nicht, indem wir sagen, wir verzichten auf diese Möglichkeiten und eine Besteuerung auch von CO2 ist ja letztlich auch im Sinne der Gemeinwohlökonomie gehe ich von aus, ja. Voll und ganz, wir können den Widerspruch ja mal anfühlen und vielleicht ein bisschen bewegen und vielleicht so beginnend, die Gemeinwohlbilanz ist aus meiner Sicht eine Disruption par excellence, weil sie die Bottomline durch eine andere ersetzt, also das Kapital wird zum Mittel und das Gemeinwohl oder das Wohl aller oder das gute Leben für alle oder das Bon Vivir oder die Happiness wird zur Bottomline von Unternehmen und in einer ersten Runde machen die ersten Hunderts oder Tausend Unternehmen also eine Bilanz freiwillig, in einer zweiten Runde beginnen sie ihre Zulieferbetriebe zu fragen, machst du eigentlich auch schon eine Gemeinwohlbilanz und wenn nicht, dann müssen die eine ganze Menge von Informationen außerhalb der Bilanz beginnen zu liefern und sie fragen ihre Kundschaften, ihre B2B-Kundschaften, machst du eine Gemeinwohlbilanz und vielleicht kriegst du es dann günstiger. In der dritten Runde und die beginnt schon, du hast selbst gesagt, das Einkaufsvolumen der Kommune in Deutschland beträgt 300 Milliarden Euro, das sind 10 Prozent der Wirtschaftsleistung Deutschland insgesamt mit den Gebietskörperschaften auf den anderen Ebenen sind es 20 Prozent, also das ist ein gigantisch mächtiger Umsteuerungshebel. Die dritte Runde würde darin bestehen, dass die Gebietskörperschaften systematisch beginnen, die Wirtschaftsförderung, inklusive der Startup-Förderung und der Exportförderung, den öffentlichen Einkauf und diejenigen Steuern, die in der kommunalen Hoheit liegen, systematisch an die Gemeinwohlbilanz zu knüpfen. Die Ersten tun das schon und das geilste Beispiel ist aus den USA, die Stadt Portland besteuert Unternehmen, in denen die Ungleichheit den Faktor 100 übersteigt, mit 10 Prozent zusätzlicher Gewerbesteuer und wenn der Faktor 250 überstiegen wird, zahlen sie um 25 Prozent mehr Gewerbesteuer. Das wäre genau das, was sich letztlich als systemische Disruption auswirken würde. Ja, wir können hier gern auch ein richtiges Lobbygespräch führen, außerparlamentarische Opposition oder außerparlamentarische Bewegung beeinflusst, Politikgestaltung eben auch der Grünen. Mich interessiert schon hier jetzt auch nochmal deine Ideen aufgreifend und die Ansätze aufgreifend, ob eben auch grün programmatisch nicht nur eine andere volkswirtschaftliche Wohlstandsmessung möglich wäre. Da habt ihr ja auch investiert. Es gibt einen eigenen Vorschlag der Grünen zur Wohlstandsmessung. Der Vorschlag von der Gemeinwohlökonomen von Christian geht ja genau in die Richtung, endlich aufzuhören, nicht mehr nur mit freiwilligen Berichterstattungen und Standards der Messung zu agieren, sondern es für Unternehmen verpflichtend zu machen, verpflichtend zu machen, diese Ethikbilanz vorzulegen. Weil Eigentum verpflichtet. Verpflichtet ist auch eine Verfassung in Deutschland zumindest, auch ein Verfassungsmomentum, eine Verfassungsvorgabe. Allerdings, das wäre schon eine kritische Rückfrage an dich. Es gibt auch besondere Vormachtstellung in unserer Verfassung, die dann wiederum das Eigentum sehr stark schützt und auch Dinge verunmöglicht, die mit Gemeinwohlökonomie zu tun haben. Das müssen wir auch bedenken. Aber das war jetzt Klammer auf, Klammer zu. Ich will einfach noch mal hierhin und noch mal fragen, welche Möglichkeiten, auch welche Allianzbildungen kannst du dir, Dieter, vorstellen, dass diese Ethikbilanz, eine verpflichtende Bilanzierung, dann auch in der Vision der Grüne, dass man auch ohne Industriepolitik nicht ohne Industriepolitik auskommt, da wenigstens dann feste, verbindliche ethische Standards setzt? Also bei den großen Betrieben ist das eine Forderung, die wir erheben. Wir haben natürlich die Frage, sobald es in den Bereich der Kleinstunternehmen geht, dann kommen wir in ein Aufwandspotenzial hinein, wo wir fragen müssen, ist das vertretbar? Das ist zumindest bei den Wirtschaftspolitikern unter uns umstritten. Ansonsten ist das eine Forderung, die wir erheben. Die Frage wird dann aber sein, welche Konsequenz hat ein Nachhaltigkeits- oder Gemeinwohlbericht, wie immer ich das nenne. Nachhaltigkeitsberichte legen mir viele Betriebe heute schon vor. Das sind aber unverbindliche Berichte, die letztlich keine Konsequenz haben. Und was kann ich messen? Was kann ich verbindlich messen, damit ich damit politisch arbeiten kann und Instrumente ansetzen könnte? CO2 ist messbar. Wenn ich die CO2-Kette messen kann, den Footprint, aber dann kann ich natürlich auch nicht davon aus, ich muss natürlich immer auch beobachten, was ist die Aufgabe eines Unternehmens? Also eine Aluminiumhütte hat eine andere Aufgabe als ein Dienstleistungsbetrieb und hat 70 Prozent seines Einsatzes heute mit Energie. Also Energie ist 70 Prozent der Kosten, die die haben. Ja, aber soziale Ungleichheit messen wir auch. Also wir haben sehr viele... Ich beschreibe nur die Probleme, die es gesetzgeberisch geben kann in bestimmten Bereichen. Ja, aber wir haben sehr viele Institutionen in Deutschland, die messen. Wir haben auch diesen Gini-Koeffizienten, der die Verteilung in einer sozialen Verteilung, also Einkommensverteilung in einer Gesellschaft misst. Ich höre das Argument auch immer, dass so Anforderungen wie Bilanzierung, Messen, Berichte, auch gerade wenn sie verbindlich sind, eher auch ein Problem für mittlere und kleine Unternehmen sind. Das ist bestimmt ein Argument, das du sehr gut kennst, Christian. Wie konterst du das? Vielleicht ist es sogar das häufigste Argument. Und ich habe ja selbst ein Beispiel der Überregulierung gebracht mit unserem 500 Seiten starken Antrag, der so unvollständig war, dass er nicht einmal geprüft wurde. Also in Summe aller Regulierungsanforderungen ist es sicher derzeit ein zu viel. Und wenn es schon mal zu viel ist, dann wird auch das Beste, wenn es zusätzlich kommt, zunächst einmal zurückgewiesen, weil es insgesamt zu viel ist. Und das ist ein Dilemma, aus dem können wir derzeit nicht raus. Wir können nur darauf hinweisen und sagen, dann müssen wir halt einen Teil der sinnlosen Regulierungen entschlacken und den Raum für die sinnvollen beibehalten. Wir sagen zum Beispiel, eine ethische Europäische Bankenunion, da sind wir unter anderem mit der GLS im Gespräch, könnte sagen, es gibt die ethischen Banken, die sind nicht gewinnorientiert und die kreieren auch keine systemischen Risiken und die werden dafür um zwei Drittel geringer reguliert. Und die profitorientierten Banken, die werden halt weiterhin so reguliert wie jetzt da. und die ethischen müssen aber dafür eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Das ist so eine Lösung, eine mögliche Lösung. Und die andere ist die Differenzierung in eine Vollbilanz für die Großen und eine Kompaktbilanz für die Kleinen. Das haben wir jetzt seit 2017. Und wir haben 30 Prozent Ein-Personen-Unternehmer, die die Gemeinwohlbilanz freiwillig machen, was ein klares Zeichen ist, dass das schaffbar ist. Aber wenn es noch ein bisschen zu viel wäre, wir haben jetzt die fünfte Bilanzversion, das wird sicher noch eine sechste, siebte, achte geben, dann kann man auch die Anforderungen noch ein bisschen herunterschrauben, weil wichtiger ist, dass es in die Fläche geht und dass es keinen unfairen Wettbewerb mehr gibt, weil die einen was machen und die anderen nicht. Die einen machen überhaupt nichts, die Zweiten tun Greenwaschen und die Dritten verwenden die ehrgeizigsten Instrumente, haben aber daraus keinen Vorteil, außer einen höheren Aufwand. Deswegen ist ja noch mal wichtig, dass es dann Belohnungen gibt oder Anreizsysteme oder Sanktionierungen. Das hast du ja noch mal sehr gut und deutlich dargestellt, wie das mit Steuervorteilen, mit anderen Zöllen und so weiter funktionieren könnte. Ich möchte jetzt ganz kurz noch ein Thema hier oben ansprechen und dann sind Sie dran. Wir haben auch Mikros im Raum. Die Mikros kommen dann zu Ihnen. Was mir auffällt, Christian, ist, dass du ja ganz stark, und das ist ja auch richtig, das teile ich ganz stark, natürlich den Demokratieaspekt in der Gemeinwohlökonomie machst und du zitierst ganz schön viel Umfragen und Demoskopie. Ich könnte dir, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel daran, ob das immer die gute und beste Methode ist, auf demoskopische Methoden zurückzugreifen, weil ich kenne auch Umfragen, die dir dann sagen, die dann gesellschaftspolitische Forderungen stellen, die nicht meine sind. Also ich kann auch was anderes fragen. Wir haben Umfragen in der Schweiz, wollt ihr Moscheen? Und dann sagt die Mehrheit des Volkes, das wollen wir nicht. Was stößt aber gegen den Verfassungsgrundsatz der Religionsfreiheit in der Schweiz? Du kennst diese ganzen Argumente. Wir haben hier auch mittlerweile in Deutschland ein großes Problem und weltweit, dass Leute für sich reklamieren, wir sind der Souverän und eine völlig andere gesellschaftspolitische Vorstellung als die, die wir haben, nämlich emanzipatorisch, offen, plural und frei. Das Volk kann auch mal was anderes wollen, als das, was wir beide und wir alle hier im Kopf haben. Wie gehst du mit diesem Thema um? Und dann kannst du ja vielleicht auch noch mal dein schönes Spiel anschließen. Ja, ich glaube, das ist das Effektivste. Aber ich denke schon gut, wenn du auch eine Antwort gibst. Ja, also Antwort, weil ich so wie du in die Konsultative nicht vertraue und ihr misstraue, also anhören, ist das Schlimmste, oder Umfrage ist eine Konsultative, bin ich für die Konstitutive. Und das wäre das radikale Gegenteil, dass in den relevantesten Fragestellungen die höchste Instanz in der Demokratie die Entscheidung treffen können sollte. Und wir machen die Erfahrung, wenn wir intelligente Verfahren anwenden, dann haben die Populisten und die Polarisierer nicht die geringste Chance. Das werden wir jetzt eben auch gleich... Nein, das sind Erfahrungswerte. Das sind jetzt empirische Werte. Und ich mache wieder nur ein kleines... Und dann spielen wir gleich. Und ich glaube, das Spiel wird es selbsterklärend machen, warum das so ist. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel zum Wirtschaftswachstum in Österreich. Ich gehe auch viel an Schulen und frage dann die Schülerinnen, was sie für relevante Politik- und Staatsziele halten. Und regelmäßig sind das die ökologische Frage an erster Stelle, die soziale Frage an zweiter Stelle. Und dann habe ich mit abgestimmt das Bruttoinlandsprodukt, also den Vorschlag nicht von den Schülerinnen, sondern von der Regierung. Und die kannten die Debatte gar nicht. Die sind ihnen vorbeigegangen. Das ist ein Staatsziel. Aber das hat mit fast astronomischem Abstand der Vorschlag der Regierung verloren zugunsten der ökologischen und sozialen Frage. Und jetzt spielen wir das aber. Das war sonst... Wie spielen wir das? Ich bräuchte dafür zehn Freiwillige auf der Bühne, weil mit allen geht das Spielerisch nicht. Wollt ihr zwei mitspielen? Weil dann... Du nicht. Weil dann würde ich dich ersuchen, einen bequemen Platz einzunehmen, weil die zehn, die werden hier ganz vorne posieren. Magst du, wie du willst. Ja, genau. Dann führe ich es noch ganz kurz ein mit dem theoretischen Überbau, weil ich bin ja auch Politikwissenschaftler. Nur diese eine Folie. Und bei mir ist alles wörtlich zu nehmen. Das, glaube ich, habt ihr schon bemerkt. Auch souverän ist wörtlich zu nehmen. Ich habe Jahre nach Abschluss meines Politikwissenschaftsstudiums, nachdem mir sonnenklar war, dass das Souveränitätsprinzip ein Kernprinzip der Demokratie ist, habe ich entdeckt, dass ich nicht wusste, woher es kommt, aus welchem lateinisch oder griechischen Begriff. Das ist schon mal vielsagend, weil manche demokratische Staaten oder Regierungen, Achtung, Regierungen ziehen im Namen der Demokratie den Krieg. Und dann sollte man wenigstens wissen, in wessen Namen man hier in den Krieg zieht. Souverän kommt vom lateinisch superanus und heißt über allem stehend. Nur das, das ist die höchste Instanz. Darum gibt es das auch in der Monarchie. Da gibt es auch die höchste Instanz. Das ist der König, die Queen. In der Demokratie? Schon, gell? Und das ist genau der Punkt. Wir wissen das eigentlich intuitiv oder auch fachlich, aber wer hat es schon mal gefühlt? Weil wenn wir tatsächlich die höchste Instanz wären, dann wären zwingend logisch alle anderen drunter. Verfassung oder Grundgesetz, Bundestag, Bundesregierung, jedes völkerrechtliche Abkommen, wie zum Beispiel CETA und jedes einzelne Gesetz. Und wir müssten konsequenterweise Rechte haben. Ich nenne sie souveräne Grundrechte oder Souveränsrechte. Die gibt es in der Politikwissenschaft noch nicht übrigens. Souveräns, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sondern ich beginne nur mit dem Wichtigsten, dass die Verfassung wird zu einem Hoheitsgebiet, das höchste Dokument wird zum Hoheitsgebiet der höchsten Instanz. Weil wenn die Vertretung des Souveräns die Verfassungen schreibt, dann erleben wir regelmäßig, dass sie sich selbst mit der gesamten Macht ausstatten und no power for the people übrig lassen. Und wenn wir tatsächlich eines Tages die Verfassungen, vielleicht das Island-Beispiel, ich glaube, zur Illustrierung ist es wichtig. In Island hat nach der 2008er Finanzkrise die Bevölkerung, nicht nur die Regierung aus dem Amt gejagt, sondern auch eine eigene Verfassung durch 25 gewählte Frauen und Männer schreiben lassen. Und diese People's Constitution wurde abgestimmt und mit zwei Drittel Mehrheit in einer Volksabstimmung angenommen. Und dann war der Punkt, dass jetzt eigentlich mit einer zwei Drittel Mehrheit die Verfassung in Kraft treten hätte müssen. Ist sie aber nicht, weil in der alten Verfassung bis heute steht, dass eine Verfassungsänderung ausschließlich durch das Parlament stattfinden hat. Und das Parlament hat die People's Constitution, die mit knapp 70 Prozent angenommen wurde, bis heute abgelehnt, weil da drinnen steht, dass die sensiblen Ökosysteme von den Geysieren über die Flüsse bis zu den Marinen Ökosystemen geschützt werden müssen und nicht privatisiert werden dürfen. Margaret Thatcher, klingelingeling. Dass Banken nicht jede beliebige Größe annehmen dürfen. Kein Systemreakt, kein too big to fail. Und drittens, dass die Menschen manchmal ergänzend für den Fall, dass das geschätzte Parlament nicht das macht, was die Bevölkerung mehrheitlich will, die Möglichkeit bekommt, selbst ein Gesetz zu initiieren und zu beschließen, Nummer sechs. Und das war dem Parlament zu viel, der Machtteilung, der Gewaltentrennung und hat diese abgelehnt. Und ich gehe jede Wette ein, wenn die Souveränen die Verfassungen schreiben, dann gibt es keine systemrelevanten Banken in irgendeinem Land. Es gibt keinen freien Kapitalverkehr in Steueroasen. Es gibt keine Patente auf Lebewesen und es gibt keine grenzenlose Ungleichheit. Wir hätten weder das kapitalistische Extrem der grenzenlosen Ungleichheit noch das entgegengesetzte Extrem der völligen Gleichheit, sondern wir hätten, und das zeigt jede Erfahrung, zwar Ungleichheit, aber sie wäre begrenzt und vernünftig. Und das würde ich jetzt gerne mit zehn Freiwilligen am Beispiel der Einkommensungleichheit durchspielen und lade zehn Menschen von möglichst vielen Geschlechtern zu mir auf die Bühne und verspreche, es tut nicht weh und ihr werdet es auch nicht beschämt, sondern es macht Spaß und ihr werdet euch das lange merken. Bitte zehn Freiwillige zum Spielen auf die Bühne. Da kommt schon, ja, noch neun bitte, noch acht bitte, noch sieben bitte, noch sechs bitte, noch fünf, kommt, 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 noch vier, noch drei, noch zwei, alle die stehen, kommt, 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 einfach da so eine Zehnerreihe bilden, bitte. Also zwei, vier, fünf, sechs, sieben, noch zwei bitte, ja, noch eine Freiwillige, ja, jetzt haben wir zehn, wunderbar, einfach eine Schlange und ich mache das jetzt nur deshalb mit euch, komm, 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 es dürfen auch elf oder zwölf sein und vielleicht, ja, es ist nur, genau, ich kann nur, weil ich kann nicht 250 zählen, ich kann aber zwölf genauso problemlos zählen wie zehn, also herzlich willkommen, genau, ihr seid jetzt da in zwei Rollen, in der ersten Rolle seid ihr der sogenannte Konvent, das heißt, der Konvent, der wird entweder gewählt oder gelost und der arbeitet die zehn wichtigsten Fragestellungen der Wirtschaftspolitik oder der Geld- und Finanzpolitik oder einer anderen Politik in Alternativen aus und am Ende werden dann die alternativen Lösungsmöglichkeiten vom Souverän, das ist dann der Rollenwechsel und seid ihr da Souverän, systemisch konsensiert. Das ist ein Verfahren, das von zwei Mathematikern der Universität Graz entwickelt wurde, die intellektuell beleidigt waren von unserer demokratischen Gewohnheit mit dem einfachen Mehrheitsentscheid abzustimmen. Deshalb hat dieses Verfahren zwei entscheidende Innovationen. Erstens, es werden mehrere Vorschläge abgestimmt. Theoretisch kann jeder einen anderen, jeder einen anderen Vorschlag machen, es wird trotzdem alle abgestimmt. Und zweitens, wir messen nicht die Zustimmung, dann setzen sich so oft wieder die Lautesten durch oder die reichsten, neu reichsten Milliardäre, die eine PR-Agentur beauftragen für ihren bestimmten Vorschlag. Das geht nicht, wenn wir statt der Zustimmung den Widerstand gegen alle Vorschläge messen und derjenige Vorschlag gewinnt, der den geringsten Widerstand im Souverän auslöst. Dahinter steckt eine tiefe rechtsphilosophische Weisheit, nämlich jedes Gesetz und jede Regel, die wir uns geben, egal ob in der Partei, in der Familie, im Unternehmen, im Verein oder in der Bundesrepublik, schränkt unsere Freiheit ein. Trotzdem machen wir ganz viele Regeln und Gesetze, weil würden wir sie nicht machen, wäre der Freiheitsverlust ein größerer. Das heißt, es geht, so betrachtet, um Freiheitsbegrenzungsminimierung. Ja, also kurz gesagt, um den maximalen Freiheitsgewinn durch ein Gesetz. Völlig richtig. Und etwas komplizierter formuliert, durch die Minimierung des Freiheitsverlustes durch ein Gesetz. Und deshalb messen wir den Freiheitsverlust in Form von Widerstand. Nein, das will ich nicht. Damit fühle ich mich unwohl. Oder auch Schmerz. Und ihr habt drei Möglichkeiten, also jetzt seid ihr dann der Souverän und als Souverän stimmt ihr ab. Und ihr habt drei Möglichkeiten, euren Widerstand und Schmerz zu zeigen gegen die gemachten Vorschläge. Nämlich erstens, ihr hört den Vorschlag, so würde der im Grundgesetz stehen. Ihr fühlt den Schmerz. Wenn es nicht wehtut, habt ihr keine Widerstandsenergie und erhebt keinen Arm. Möglichkeit zwei, ihr hört den Vorschlag, ihr fühlt, das zwackt oder zwickt, juckt oder kratzt ein bisschen und ihr habt zumindest größere Fragen und habt eine leichte Widerstandsenergie, mit der ihr einen Arm hebt. Und dritte Möglichkeit, ihr hört den Vorschlag und ihr, das tut sofort höllisch weh, habt ihr ganz viel Widerstandsenergie und hebt zwei Arme. Verstanden? Verstanden? Cool. Kein Problem. Leichtes Problem. Großes Problem. Wollt ihr nochmal einen leichten Bogen machen, weil die Reihe ist nicht ganz geschlossen? Ja, wunderbar. Und so einen ganz leichten Bogen, damit ich euch besser sehe? Ja, super. Wunderbar. Und jetzt machen wir die Vorschläge. Ich hole mir das hervor, wenn ich da ganz kurz vorbei darf. Dankeschön. Die Frage habe ich mitgebracht, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Im echten Konvent, der dauert bis zu einem ganzen Jahr, werden auch die Fragestellungen vom Souverän selbst festgestellt. Das ist die berühmte Kompetenz, Kompetenz, die liegt beim Souverän. Niemand kann dem Souverän vorgeben, welche Fragestellungen er zu diskutieren und zu entscheiden hat. Macht er selbst. Nur weil das jetzt ein Spieldurchgang ist, bringe ich die Frage mit. Und das bitte ich euch trotzdem mitzuspielen. Nämlich, wir nehmen an, es gäbe einen gesetzlichen Mindestlohn und um es so schnell wie möglich zu machen, in der Höhe von 1500 Euro netto, monatlich für die Regelarbeitszeit von 30 Wochenstunden. Spielannahme. Und jetzt entscheiden wir, ob es auch ein Höchsteinkommen geben soll. In der Bedeutung, kein Mensch kann in der Regelarbeitszeit weniger verdienen als das und kein Mensch kann in der Regelarbeitszeit mehr verdienen als das. Dazwischen Freiheit und Ungleichheit. Egal ob selbstständig, unselbstständig, Landwirtin, Sportler oder Diver. Mensch ist Mensch und Mensch kann nicht weniger als das und nicht mehr als das. In der ersten Runde seid ihr jetzt der Konvent und ihr könnt Vorschläge machen, mit welchem maximalen Vielfachen ihr die Höchst des Mindesteinkommens ihr die Höchsteinkommen begrenzen würdet, wenn ihr diese Möglichkeit hättet. Und ich bitte um eure Vorschläge. Ich schreibe sie mit. Zwölf ist der erste Vorschlag. Steht schon auf dem Flipchart. Weitere Vorschläge. Fünf ist der zweite Vorschlag. Zwanzig. Wir haben schon drei Vorschläge. Schon viel mehr als in der üblichen Demokratie. Gibt es noch weitere Vorschläge? Fünf, zwölf, zwanzig, zehn. Haben wir schon vier Vorschläge? Fünfzehn. Sind schon fünf. Ja, ich glaube, jetzt rufe ich schon zur letzten Möglichkeit auf. Fünf, zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig. Letzte Chance, Publikumsvorschlag? Hundert. Okay. Na klar. Also, wir stimmen alle ab, nämlich fünf, zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig und hundert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal stimmen wir ab. Also bitte sechsmal abstimmen und wir messen sechsmal den Schmerz mit und Widerstand gegen null, eins oder zwei Arme, diese sechs Vorschläge. Und wir beginnen mit dem Kleinsten und kommen dann zum Größten. Für euch ist es einfacher, wenn ihr die Augen schließt, weil dann fühlt ihr erstens besser und zweitens seht ihr die Grimassen des Publikums nicht. Und das Publikum achtet bitte darauf, dass ich richtig zähle, weil ich bin zwar besser als jede Wahlmaschine in Florida, aber sicher ist sicher. Genau. Gut, wir beginnen mit dem ersten Vorschlag, der da lautet, die höchsten Einkommen dürfen maximal das Fünffache des gesetzlichen Mindesteinkommens betragen, aber nicht mehr in der gleichen Arbeitszeit. Maximal das Fünffache. Bitte euren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor fünf. Ich beginne zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Widerstandsstimmen habe ich gezählt. Scheint korrekt gezählt zu sein. Zweiter Vorschlag, die höchsten Einkommen dürfen bis zum Zehnfachen des gesetzlichen Mindesteinkommens betragen, aber nicht mehr. Bitte euren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor zehn. Ich beginne zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Widerstandsstimmen. Nächster Vorschlag, maximal das Zwölffache, aber nicht mehr. Bitte euren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Widerstandsstimmen. Nächster Vorschlag, maximal das Fünfzehnfache. Bitte euren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor fünfzehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vorletzter Vorschlag, die höchsten Einkommen dürfen maximal das Zwanzigfache des Mindestlohns betragen. Bitte euren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor zwanzig. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und letzter Vorschlag, maximal das Hundertfach. Ja, habe ich einen auf einen, waren es elf? Waren es elf? Zwölf. Wir einigen uns auf elf, ja. Und der letzte Vorschlag, maximal das Einhundertfache, aber nicht mehr. Bitte euren Widerstand, da muss ich jetzt hinunterspringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, achtzehn, habe ich da jetzt gezählt. 18 Widerstands stimmen. Das war es schon. Welcher Vorschlag hat gewonnen? Eine zweite. Und wir haben auch hier zwar nicht so ganz, aber eine ziemlich, eine fast eine gaussische Glockenkurve mit dem Faktor zehn. So, ihr wart ein großartiger sowohl Konvent als auch souverän. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ihr dürft wieder auf eure Plätze zurück. Danke. In wenigen Minuten haben hier bunt zusammengewürfelte Menschen, die in 90 Prozent aller Fälle genauso entscheiden, von Schweden bis Chile, in 90 Prozent gewinnt der Faktor zehn, aber sie haben etwas anderes entschieden, als derzeit unsere postdemokratischen Parlamente entscheiden. und das ist ein weiteres Beispiel für erstens Postdemokratie und zweitens für die Notwendigkeit von souveräner Demokratie aus unserer Sicht. Genau. Und ein intelligentes System. Das hast du ja meine Frage jetzt nochmal super beantwortet. Es gibt eben entsprechende souverän demokratische Systeme. für die Machtfragen. Genau. Gerald Heffner ist wahrscheinlich den meisten im Begriff. Die Demokratiefrage ist für ihn deshalb die zentrale Frage, weil sie die Machtfrage stellt. Jetzt ist unser Publikum dran. Bitte melden Sie sich unsere Leute mit Mikros. Hier ist eins, da ist eins, kommen dann zu Ihnen und ich versuche dann jetzt erstmal vier oder fünf Fragen aufzunehmen. Wo sind die Mikros bitte? Hier. Da hinten ist da ist schon jemand, hat schon einer ein Mikro. Stimmt's? Ja. Gut. Bitte guckt mit, wer sich meldet. Reihenfolge kann ich auch nicht, einfach nacheinander. Bitte schön. Ach soll ich? Ja, Michael Wedler von Baumconsult, also von der Nachhaltigkeitsberatung, die auch schon angesprochen wurde. Ich glaube, auch bei eurem Gespräch ist am Ende die Frage des Zielkonflikts nochmal aufgekommen, nämlich der Frage, kommt man mit demokratischen Prinzipien tatsächlich sozusagen in den langfristigen systemischen Entwicklungsfragen so weiter, wie man es vielleicht braucht. Von der Geschwindigkeit, das haben Sie angesprochen, oder auch von der Frage der Überschaubarkeit, der Komplexität. Also kann tatsächlich das demokratische Prinzip die beste Entscheidung für eine Gesellschaft hervorholen, gerade in der medialen Beeinflussung, oder braucht es dann auch zum Thema Geschwindigkeit andere Prinzipien, die dann vielleicht nicht bei dem kleinsten sozusagen Freiheitseinbußen stehen, sondern vielleicht sogar auch Einschnitte für alle bedeuten, aber langfristig das bessere Ergebnis hervorrufen. Da hinten war eine Dame, kann Sie sich nochmal melden? Hier, ach hier, Entschuldigung, dann hier vorne. Da hinten? Nö, es sind zwei. Sie müssen sich melden, es ist wahnsinnig breit und ich, wir haben Leute, die zu Ihnen kommen. Bianca Denfeld, ich bin Sprecherin von der Landesarbeitsgruppe Wirtschaft und Finanzen von Bündnis 90 die Grünen, also hier in Berlin. Wir haben im Grundsatzprogramm Prozess schon diese Fragen diskutiert, wer ist Anwalt des Gemeinwohls und mich wundert es total, dass hier der Staat gar nicht behandelt worden ist. Und in den Diskussionen, die wir bisher hatten, war eher die Frage, was sind die Voraussetzungen, dass der Staat überhaupt als Anwalt des Gemeinwohls funktionieren kann. Und da ging es dann um Lobbyismus, um Erpressbarkeit des Staates durch zu große Banken und auch um Wirtschaftswissenschaften, die wirtschaftspolitisch beraten und da quasi nicht die ganzen Facetten auf den Tisch legen. Also da hätte ich gerne, dass wir aus dem Blickpunkt nochmal auf das Thema gucken. Ganz hinten links. Ja, da ganz hinten, damit die letzten auch in der ersten Reihe sitzen. Und zwar, ich habe das Buch Gemeinwohlökonomie leider nur in Auszügen gelesen, aber ich bin über den Begriff Postwachstumstheorie gestoßen oder Postwachstum an sich und da habe ich mich gefragt, ob dieser Begriff nicht irgendwie fehlgeleitet ist, weil damit assoziiere ich so Stagnation und ob nicht sozusagen in dem Narrativ viel stärker wäre, vom qualitativen Wachstum zu sprechen anstatt, ja genau, weil das im Prinzip ja das aussagt, wo man hin will. Jetzt nehme ich noch eine Wortmeldung, auch hier hinten, der Herr. Ach so, Entschuldigung. Ja, dann da. Also ich meine, das Pult ist auch noch dazwischen. Ich kann Sie leider nicht sehen. Ja, danke, mein Name ist Alfred Reimann und ich bin ein großer Freund von Herrn Felber, der Gemeinwohlökonomie. Die zwei Sachen sind mir aufgefallen. Aristoteles ist natürlich ein guter Begründer, nur dürfen Sie nicht vergessen, dass er natürlich Sklaven hatte, die ihn ernährt haben. Also ich komme heute ohne Sklaven nicht mehr aus, ohne eine Fremdversorgungswirtschaft, wie Gerds Werner das gerne nennt. Und da frage ich mich, da ich die Leute alle nicht kenne, die meine Brötchen herstellen, mein Müsli und mein Handy, wie sollen wir mit denen uns austauschen, nach welchen Maßstäben, wenn wir das Geld verteufeln? Das ist die eine Geschichte, die ich anmerken möchte. Wir können also das, was Herr Aristoteles unterschieden hat zwischen Ökonomie, Hauswirtschaft mit Sklaven. Und Krematistik, der Handel von Gütern zum Geldgewinn, natürlich nicht vergleichen mit heute. Aber es ist rhetorisch sehr gut gemacht. Und die zweite Geschichte ist, Sie haben das angesprochen, dass das Bruttoinlandsprodukt natürlich immer nur das Mittel beschreibt. Also einen Kategorienfehler, den machen Sie natürlich auch. Denn ob wir drei Bäume mehr haben oder nicht, hat keine Auswirkungen darauf, ob wir das Gemeinwohl, also den Gewinn an Wohlbefinden im Subjekt, was fühlt, steigern. Also mit Ihrem Ziel bin ich völlig einverstanden, aber ich sehe diese Verbindung auch nicht. Oder wenn wir drei Kita-Plätze mehr haben, heißt das nicht, dass wir damit einen Gewinn an Wohlbefinden haben bei Menschen. Und für mich kann das Gemeinwohl letztendlich nichts anderes sein, wie die Summe individuellen aktuellen Wohlbefindens. Gut, wir machen noch gleich noch eine zweite Runde. Dieter, die Frage nach den Zielkonflikten, Tempo gegen demokratische Prinzipien und Rolle des Staates, fände ich gut, wenn du die beiden versuchst abzudecken. Zum Thema Bäume übrigens, Bäume zu pflanzen ist das Effektivste, was man machen kann gegen die Klimakrise. Gibt gar nichts Besseres momentan und kurzfristig wirksam. Also Millionen von Bäumen natürlich, nicht nur drei. So, Rolle des Staates. Also natürlich sind diese Fragen, wie wirkt der Lobbyismus auf die Politik und wie können wir Korruptionsregister machen, wie können wir sicherstellen, dass die Menschen wissen, mit wem wir alle reden. Auch wir Grüne, auch wir Grüne reden mit Lobbyisten, zwangsläufig, weil wenn wir mit denen nicht reden, dann wissen wir auch nicht, was die wollen. Und dann reden die nur mit den anderen. Also es ist ja ein Verbändestaat, der ist auch durchaus verfassungsrechtlich so angelegt. Die Frage ist nur, ist das jetzt momentan die Stellschraube? Ich glaube, die Stellschraube ist doch immer, wie identifiziere ich eben die Auseinandersetzungen, die ich habe. Und wie gesagt, es gibt klare Auseinandersetzungen, die man so benennen muss. Und das hat man sich vielleicht auch vor zehn Jahren, haben sich die Leute nicht getraut zu sagen, auch in den Grünen vielleicht noch nicht, Autos müssen raus aus der Innenstadt oder so. Ich habe das vor zehn Jahr auch schon gemacht und das war irgendwie radikal. Und heute sagt das die Mitte der Gesellschaft. Und das ist eine Mehrheitsfähigkeit. Also es ist erarbeitet worden, einem demokratischen Prozess, weil die Menschen gespürt haben, das ist mit der Sicherheit meiner Kinder ist auch nicht gut und ich würde übrigens gerne mehr Fahrrad fahren. Das ist also etwas sehr Demokratisches und das ist eine Entscheidungsfrage, die man vorangetrieben hat, wie den Ausstieg aus der Atomenergie. Da haben wir hier Erfolgsbewegungen, die sind gewachsen und die sind auch trotz populistischer Bewegungen, die wir glaube ich übrigens zum ersten Mal in Bayern, jetzt da bin ich schon stolz drauf, ein Stück weit eindämmen konnten bei einer Wahl. Das ist ja auch mal ein Signal, so die erste Wahl seit Jahren, wo man geschafft hat, mal einen Flock einzuhauen und über andere Themen zu reden, als über dieses eine Thema, das nicht das Wichtigste auf der Welt ist, die Mutter aller Probleme oder der Vater. Also, was ich sagen will, damit komme ich zum Demokratischen, die Demokratie, das ist unsere Verfasstheit und sie ist auch die einzige Garant, dass wir unsere Menschlichkeit bewahren, glaube ich, können wir können nicht über andere systemische Modelle reden. Ich war in China, ich weiß, dass die Chinesen im Ökologischen, das haben die auf dem Schirm, der Krieg gegen die Umweltzerstörung ist im Fünfjahresplan des chinesischen Ministerpräsidenten verankert. Der Grund ist nicht unbedingt die Sorge um die Umwelt alleine, sicher auch, aber vielleicht hauptsächlich ist der Grund die Sorge um die Macht der kommunistischen Partei, weil die Bindung braucht sie von der Bevölkerung und in China ist es auch nicht gut gesehen, wenn die Flüsse verdrecken und Kinder sterben, weil die Kindernahrung vergiftet ist. Das ist ein Staatsziel und das wird dann radikal in Teilen durchgesetzt, innerstaatlich ausgehandelt, in Kommissionen. Das ist nicht demokratisch, wie das funktioniert und es ist vielleicht in Teilen effektiver, wenn ich schaue, das Thema Mobilität in China. Die Chinesen haben das höchste, das teuerste Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt, das Beste auch, was die Bahn angeht. Sie haben auch die Städte, bauen sie tendenziell so, dass der Fahrradverkehr viel Platz hat und das Auto tendenziell weniger. Die U-Bahn sind top ausgebaut. Die Elektromobilität, das ist ja ein Thema, wo man sehen muss, welche ökologische Perspektive das noch kriegt, das ist ambivalent, aber sie sagen halt, wir wollen eine emissionsfreie Mobilität, zumindest erstmal von den Abgasen und perspektivisch die Batterietechnologie der Welt, die es ermöglichen kann, erneuerbar Auto zu fahren. So, und das passiert dort und setzt uns hier auch unter Druck. Also es hat Auswirkungen auf das, was wir hier in Deutschland auch machen. Trotzdem müssen wir es in Europa schaffen. Wir sind ein Wertekontinent, ein demokratischer, eine eigene Bewegung zu starten. Deswegen schaue ich nochmal auf sie viele. Ich glaube, wir können das. Wir haben die Mehrheiten längst. Die Mehrheiten müssen jetzt aber auch mal in allen Fraktionen, Parteien, Organisationen so ankommen. Und da schaue ich nicht nur auf die Grünen. Vielleicht einen Satz noch zur Politik. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir eine seltsame Situation haben. Das Thema Umwelt ist immer stärker geworden in den letzten Jahren. Und das haben eigentlich, das behaupte ich jetzt mal frech, außer uns und ein bisschen noch die Linken, keiner mehr behandelt. Das kann nicht sein. Also warum? Also wenn man der AfD nachgestiegen ist nach 2015, warum steigen denn jetzt nicht alle in den Wettbewerb um die besten umweltpolitischen Konzepte im Deutschen Bundestag ein? Das wäre doch auch mal, nachdem wir jetzt ja Wahlerfolge haben, wäre das doch auch mal so ein Signal, dass mal kommen könnte, oder? Also fände ich ganz gut. Einerseits fällt mir der Wahl-O-Mat ein. Wenn die Menschen sozusagen nicht Personen oder Parteien, sondern Programme und Modelle wählen können, würden sie komplette andere, eine bessere Welt wählen. Das hat es in Deutschland gegeben, auch in den USA. In den USA hätte Ralph Nader von der von der Public Citizen Organisation hätte mit absoluter Mehrheit gegen George Bush gewonnen. Dadurch, dass Personen, Parteien und vor allem Geld Wahlkampfspenden zählen, hat dann der Bush gewonnen. Die Staatsfrage habe ich implizit behandelt mit der Postdemokratie- These, mit der Suche nach einem Ausweg. Mir wäre es das Liebste, wenn das Parlament uns die Gesetzgebungsarbeit abnehmen würde. Aber dann müsste es eben auch tendenziell im Sinne des Souveränes entscheiden. Das ist derzeit in immer häufiger Fällen nicht der Fall, aufgrund der getroffenen Analysen. Deshalb müssen wir die Demokratie weiterentwickeln. Ich war selbst im Bundestag als Experte angehört zu der sogenannten NFI-Richtlinie. Das ist genau das, was die Gemeinwohl-Bilanz will. Zunächst einmal auf die 300 größten Unternehmen in Deutschland, was ein Witz ist, weil es gibt vier Millionen Unternehmen in Deutschland und 300 sind betroffen. Und es ist eine ganz, 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 ganz schwache Berichterstattungspflicht. Sie muss nicht in den Geschäftsbericht aufgenommen werden. Sie wird nicht vom Wirtschaftsprüfer geprüft und sie hat keinerlei Rechtsfolgen. Und selbst welchen Berichtsstandard die Unternehmen verwenden, ist völlig freigestellt. Sie können auch keinen der üblichen Berichtsstandards verwenden. Und die Maxime, die sich dann durchgesetzt hat als Wille der Republik Deutschland ist, so wenig wie mögliche, am besten überhaupt keine zusätzlichen Regulierungen. Das ist keine Politik-Maxime und da war ich wieder einmal mehr davon überzeugt, dass der Staat, auch wenn wir statt dem so systemisch konzentrieren, das ist ja auch Staat. Staat kann repräsentativ sein, dann ist das Parlament. Staat kann auch das Souverän sein. Beides ist Staat. Vielleicht ganz kurz zu Aristoteles. Wenn ich jemanden zitiere, heißt das natürlich nicht, dass ich alles befürworte, was er gesagt hat. Oder wenn ich den Brutant zitiere, darf man nichts zitieren. Der Kant war ein Sexist und der Brutant ist eine Monarchie. Aber wir haben uns eh nicht missverstanden. Ich habe nur versucht, das, was ich gut finde an Aristoteles, zu zitieren. Und warum ich ihn zitiere, weil er den Ökonomiebegriff geprägt hat, den wir heute verwenden. Also ich habe das deshalb gemacht, weil wir heute Ökonomie sagen. Und ich zitiere Aristoteles, weil ich daran erinnern möchte, was ursprünglich damit gemeint war. Und natürlich kann man, da stimme ich völlig zu, die Hauswirtschaft von damals und die Handelswirtschaft nicht mit den heutigen Maßstäben vergleichen. Aber diesen exakten Vergleich braucht es, finde ich, auch nicht. Es geht um die Essenz, um das Mark. Und das Mark ist, was ist Ziel und was ist Mittel. Und das, glaube ich, ist eins zu eins analogisierbar. Postwachstumsekonomie ist kein Bestandteil der Gemeinwohlökonomie. Ich referenziere, glaube ich, zwei-, dreimal im Buch auf diese Bewegung und ich unterstütze sie auch. Aber ich habe selbst in Europa, das war einer meiner wichtigsten Beiträge, gesagt, damit werden wir keinen Blumentopf gewinnen, weil das eine negative Vision ist. Und wir brauchen eine positive Ansage. Und das ist entweder ein gutes Leben für alle oder Gemeinwohlökonomie oder irgendetwas positiv ist. Da bin ich ganz bei dir. Und so, glaube ich, letzte Frage, zum Brauchtsnicht, noch eine Kraft jenseits von Parlament und Souverän. Für mich sind das die zwei demokratischen Kräfte. Entweder die Vertretung des Souveräns im Parlament oder der Souverän selbst. Und ganz kurz nochmal auch auf dich zurückzukommen. Wir würden auch sehr abgestimmt mit Mehr Demokratie Deutschland bei der Verankerung von souveräner Demokratie im Grundgesetz würden wir drei Sicherheitsanker eingraben, nämlich unantastbar sind mit der Menschenwürde die Grundrechte und die Menschenrechte. Aber wichtig, sowohl für das Parlament als auch für den Souverän, für beide demokratische Entscheidungen sind unantastbar, die Minderheitenrechte. Das heißt, Moscheen, wenn so eine Initiative gestartet würde, würde Karlsruhe sagen, tut uns leid, diese Fonds ist unzulässig, weil ihr selbst als Souverän entschieden habt, dass Minderheitenrechte qua direkter Demokratie oder souveräner Demokratie nicht antastbar sind. Und das dritte ist die Demokratie selbst. Da ist jetzt wieder das Beispiel das Ermächtigungsgesetz. Wenn der Bundestag heute ein Ermächtigungsgesetz beschließen wollte, würde Karlsruhe sagen, tut uns leid, das darfst du gar nicht, das ist nicht mit Verfassungsreform. Entweder du nimmst die Entscheidung mit sofortiger Wirkung zurück oder ich löse dich mit sofortiger Wirkung auf und wir haben Neuwahlen in drei Wochen. Also diese drei Sicherheitssperren würden wir haben. Und die Frage ist aber noch nicht beantwortet. Es gibt darüber keine andere Instanz. Wer sollte die sein? Das heißt, wir könnten allenfalls Umweltanwältinnen oder Zukunftsanwältinnen oder die Erde als Rechtssubjekt ins Parlament setzen. Das fände ich auch sehr gut. Und dann, glaube ich, kämen Formulierungen zustande wie nicht, wollt ihr SUV oder nicht? Das ist eine sinnlose Frage. Wollt ihr euren Wohlstand beibehalten oder verzichten? Ist die noch sinnlosere Frage. Aber eine liberale, wo eigentlich alle Liberalen sofort zustimmen müssen, wollt ihr erstens den Menschen in anderen erteilen, die gleichen Lebens- und Verbrauchsrechte zugestehen als euch selbst und zweitens unseren Kindern und Enkeln? Und wenn ja, dann, genau. Das ist dann eine Menschenrechtsfrage. Genau, das ist ein Punkt. Dankeschön. Ich habe Ihnen versprochen, ich nehme jetzt noch drei Fragen auf. Danke, Christian. Der Herr hier, der Herr da hinten. Gibt es noch eine Frau? Super. Zwei. Bitte. Klaus Watzlawick. Ökumenischer Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Ich habe zwei Dinge. Erstens, ich war in der vergangenen Woche zu der Tagung mit Herrn Rockström. Hat er klar gesagt, dass das 1,5-Ziel nicht mehr zu durchbrechen ist. Da unsere Wirtschaft aber im Augenblick dieses Ziel überhaupt nicht drauf hat, dann möchte ich mal hören, wie das passieren soll. Das bedeutet grundsätzliche Veränderungen in der Wirtschaft und zwar in der Kapitalwirtschaft und in der normalen Wirtschaft. Das Erste und das Zweite gehört dazu, das ist Ihnen bekannt, unser Lebensstandard ist nicht übertragbar. Wir brauchen zwei Erden. Mit diesem Problem, das möchte ich einfach mal hören, wie wird man damit umgehen? Ich habe das x-mal gefragt. Das bedeutet, wir können gar nicht anders, als weniger zu produzieren und weniger zu verbrauchen. Das ist die Schlussfolgerung. Vor der muss man sich aber nicht drücken, sondern dahinter steht, wenn wir so weiter machen, dann können nur ein Teil der Menschheit weniger haben. Und das sind die, die Verlierer. Sie haben den Ernährungsbericht heute gehört. 800 Millionen. verantwortlich sind wir und wie wir mit. Das möchte ich jetzt von den beiden hören, wie Sie zu diesen beiden Dingen in den Ausführungen ausgehen. Also wir haben ihr, also ich denke, Dankeschön. Noch mal für Sie zum Kontext. Herr Rockström ist der Mensch, der die planetaren Grenzen skizziert hat vom Stockholm Resilience Center und er wird demnächst auch der Chef von Potsdam-Institut für Klimafolgenabschätzung sein. Und die Heinrich-Böll-Stiftung hat gemeinsam mit Miserior und dem BUND letzte Woche mit ihm zum UN-Sonderbericht 1,5 Grad eine Veranstaltung gemacht. Nur jetzt noch mal zum Kontext. Ich mische mich jetzt hier mal ein. Also für mich ist, wie erreichen wir noch oder erreichen wir 1,5 Grad definitiv doch der Ausgangspunkt für all unsere Überlegungen, wie wir eine Wirtschaft hinbekommen, die auch diesem Ziel sich verpflichtet. Das ist das, was uns hier, denke ich, ja auch auf diesem Podium einigt. Und was ja auch, ob das Postwachstumökonomie heißt, solidarische Ökonomie oder Gemeinwohlökonomie und so viele Ansätze es gibt, doch der Kammendenominator ist. Wie kriegen wir eine Ökonomie hin, die die hohen Ressourcenbräuche, den Klimawandel und so weiter stoppt und nicht mehr weiter vorantreibt? Ja, das ist jetzt erst mal für mich die Antwort darauf, dass uns das doch eint hier im, denke ich, auch im Saal. Was sind die Ansätze? Wie kommen wir da weg davon, dass wir so weiter wirtschaften und das Treibhaus anheizen? Sie sind dran. Ja, vielen Dank, Friedmut Räher, Gemeinwohlökonomie und mehr Demokratie. Könnten wir eigentlich mal über den demokratischen Wirtschaftskonvent sprechen? Also konkret, wir könnten hier in Berlin verfassungsrechtlich mit größter Wahrscheinlichkeit den Wirtschaftskonvent machen, wenn wir den wollen und könnten, das ist meine Frage auch, wenn das gewollt wird, in der TAF-Vision, das ist die Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof, der leer steht, ökologisch kommens umbauen und dort einen Konvent inszenieren, der diese Ziele experimentell umsetzt. Eigentlich müsste man jetzt anfangen und das ist meine Frage, über den demokratischen Konvent konkret zu sprechen. Wir haben die Ideen ausgetauscht und meine Frage, was wäre der nächste Schritt an euch beide? Dann bitte noch die Dame in der Mitte, dann war noch eine Frau. Hallo, Marianne Foujara ist mein Name. Meine Frage ist da, wenn ich Ihnen so zuhöre, bin ich der Meinung, dass die Gemeinden und die regionalen Vertreter vor Ort, dass die sehr viel stärker und sehr viel früherer Ansprechpartner sind als Firmen, die ja so den Kapitalismus sich, die haben das ja in Fleisch und Blut übernommen. Und Gemeinden sind von Natur aus dem Gemeinwohl verpflichtet, dem Gemeinwohl ihrer Bürger. Das ist mir in Ihrem Vortrag jetzt sehr kurz gekommen. und ich glaube, dass das ganz wichtige Mittler oder Multiplikatoren auch sind. So, wo war jetzt die Frau, die ich noch identifiziert hatte? Da, da ist sie. Nathalie Wengenker mein Name. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Felber. Sie haben ja gezeigt, bei der Gemeinwohlbilanz, dass das eher kleine und höchstens mittelständische Unternehmen sind, die das aktuell umsetzen, aber dass sie auch mit größeren Konzernen in Gesprächen sind. Und da würde mich interessieren, was sind denn aktuell so die, ja, die Möglichkeiten, die Sie sehen, dass das sich auch auf größere Unternehmen übertragen lässt, dass die das auch attraktiv finden, sich da einzusetzen und eine Gemeinwohlbilanz durchzuführen. Danke. Also, die Wutfrage zu 1,5 Grad, erstens, die würde ich gerne noch öfter hören, weil das ist die entscheidende Frage, die dann die Triebkraft hoffentlich in der Gesellschaft erzeugt, die Veränderungen in Gang zu bringen, die wir brauchen und die Chance ist immer noch da. Es ist nicht so, dass das nicht geht. Weder wissenschaftlich, technologisch, ökonomisch, alles da. Also, es ist möglich und die Botschaft muss einfach sein, wir sind in Deutschland die viertgrößte Industrienation der Welt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch CO2 von immer noch über 10 Tonnen pro Kopf, ja, pro Jahr. Das heißt, wir müssen das selber vormachen und zwar am besten im europäischen Kontext mit den Partnern, die es auch gibt, wie Frankreich, skandinavische Länder, ein paar andere fallen gerade ein bisschen aus, aber das macht nichts, die kommen vielleicht auch wieder. Ja, also, und das geht, ja, weil es auch mit Wohlstand geht, nämlich mit der Gemahlbeinorientierung, aber natürlich auch mit technologischen Umbrüchen, die man auch organisieren muss. dass wir aus der Kohle aussteigen, ist nicht das Hauptproblem. Das ist bewältigbar, das kostet auch Geld, wenn man dann in den Regionen vor Ort investieren möchte und will, um neue Perspektiven zu schaffen, das ist auch wichtig, aber wie wir zum Beispiel dahin kommen, ganze Grundstoffindustrien in der Zukunft zum Wandel zu bringen, chemische Industrien, dass die von einem Verbrauch runterkommen, der momentan die gesamte Welt versorgt mit Produkten, und das ist Deutschland. Deutschland hat acht Prozent der weltweiten Güterproduktion, wenn ich richtig informiert bin. Da kann man jetzt sagen, ist schlecht, auf der anderen Seite, die Güter werden momentan nachgefragt und es werden nicht weniger Güter nachgefragt. Also die Perspektive wird schlichtweg sein, die fossilen Industrien zu beenden, aber man muss sie ersetzen mit einer Wohlstandsperspektive und das ist jetzt ganz klassisch ökologische Industriepolitik erst mal. Das ist noch nichts, das hat noch nicht erst mal Gemeinwohlökonomie im Impetus drin. Das muss man einfach machen und wollen. Und dann, damit man aus diesem Wachstumstrieb rauskommt, muss man gleichzeitig diese Gemeinwohlorientierung verankern, damit wir nicht wieder auf die Idee kommen, diesen Wachstumstrieb anzufachen auf der anderen Seite. Also es ist eine komplexe Aufgabe, aber den Wandel voranzutreiben, das geht, das ist nicht verloren. Das ist vielleicht ein Widerspruch, den ich hier aufgemacht habe, aber es ist möglich, man muss es halt einfach wollen und tun und ein Satz noch zu den Unternehmen und zu den Gemeinden. Ich sehe auch für die Kommunen und Gemeinden eine große Chance, wieder selbstbestimmter Demokratie und Gemeinwohlorientierung auch zu organisieren. Eine große Frage ist die Mobilität und zwar nicht in Berlin, die ist nämlich hier da für jeden, jeder hat hier alles, was er braucht. Es ist schön, wenn wir noch ein bisschen weniger Autos hätten, mehr Fahrrad fahren, aber die Angebote sind alle da, der ländliche Raum hat das nicht. Der ländliche Raum braucht einen großen Wandel für die Mobilität weg vom Auto und das heißt erst mal weg vom Zweitauto. Und da muss es Angebote geben und das müssen die Kommunen organisieren, die müssen da Angebote machen. Das kann man mit der Digitalisierung vorantreiben beispielsweise. Es gibt so viele positive Projekte, die klimaschonend sein können, wenn man sie nur macht, aber sie müssen eben auch gemacht werden. Es gibt auch sehr viele gute Beispiele mittlerweile in Europa, gerade was das Thema Mobilität angeht, aber auch Gemeinwohlorientierung. Da muss man nicht nur immer nach Skandinavien schauen, auch in Österreich. Die Landwirtschaft ist auch noch nicht perfekt, bei Weitem nicht, aber die biologische Landwirtschaft in den Regionen ist deutlich besser als in Bayern oder auch in Brandenburg. Das muss man vorantreiben und man muss es mit Plänen vorantreiben und den Klimaschutz als Startziel und zwar nicht das Wachstum, sondern nicht das BIP, sondern den Klimaschutz auch in die Verfassung schreiben, wie wir das auch wollen. Ja, herzlichen Dank, Dieter. Vielleicht mit einem kleinen Beispiel. Wenn die umweltschädlichen Baumaterialien verteuert werden, dann können die umweltfreundlichen automatisch den Platz greifen und das leistet schon die Gemeinwohlbilanz. Ich denke jetzt zum Beispiel an Einladungen von den Handwerkskammern. Da lernen die Handwerker und Handwerkerinnen lernen, dass Styropor, das Dämmmaterial, der der Wahl ist, unter anderem, weil die große Industrie, die Styropor herstellt, mit den Stiftungen die Bildung finanziert und deshalb kommen da die Alternativen, die es aber gibt und wir haben alternative Betriebe, die zum Beispiel mit Hanf dämmen statt mit Styropor und das kann, nur jetzt ein kleines Beispiel, auch Aluminium würde ich das Gleiche, Aluminium ist nicht lebensnotwendig und wenn es so viel Energie verbraucht oder auch Regenwald zerstört bei der Förderung, dann müssen wir einfach, aber wir können den Blick erst in die Region und in die Nachhaltigkeit lenken, wenn die Anreize uns dort konsequent hinführen. Ich würde die ökologische Frage mit einem Dreischritt, wir versuchen, dass es ganz nach der Bayerischen Verfassung, bitte schaut doch den Artikel 1057 an, da steht was über das Geld und Kreditwesen, meiner Meinung nach sind qua Bayerischer Verfassung sowohl spekulative Kredite, also Kredite, mit denen reine Finanzgeschäfte getätigt werden, verfassungswidrig, als auch Kredite in der Realwirtschaft, die ökologischer Zerstörung gerufen, sind heute schon verfassungswidrig, aber das, was da drinnen steht, das wird da nicht konsequent umgesetzt, das glaube ich, ist eine der wichtigsten Reformen des Finanzsystems, die ethische Kreditprüfung, die eine ökologische mit einschließt. CO2-Steuern würde ich sogar noch aufdoppeln, wir haben in Österreich wissenschaftlichen Konsens seit 25 Jahren, dass die Ökosteuer oder konkret die CO2-Steuer eine doppelte soziale und ökonomische Dividende bringen würde, aber weil halt die zwei größten Erdöl- und Energiekonzerne mächtiger sind als die gesamte Wissenschafts-Community in Österreich, gibt es bis heute keine ökologische Steuerreform und ich würde sogar kombinieren, dass die EU anfängt mit 100 Euro CO2-Steuer pro Tonne und die Handelspartner einlädt und die, die nicht mitmachen, die zahlen dann 100 Prozent CO2-Zoll und dann hast du ein wasserdichtes System aus Steuern und Zöllen und gegenüber allen, die auch die CO2-Steuer einführen, wird der Zoll wieder abgeschafft und das wäre sozusagen eine Grundidee des ethischen Welthandels. Die ökologischen Menschenrechte sind meine Lieblingsidee, das sage ich einfach nur in einem Satz, weil die Zeit nicht reicht, aber wir kriegen am 1. Januar das, was uns die Erde pro Kopf schenkt auf unser Umweltkonto raufgeladen, das ist mit unserem Geldkonto gekoppelt, wir haben nicht nur eine finanzielle Kaufkraft, sondern auch eine ökologische Kaufkraft und wenn die verwirkt ist, dann haben wir keine mehr, genau gleich mit ökologischen Kaufkraft und so könnten wir sozusagen ökologische Menschenrechte, nenne ich das, koppeln mit Schutzrechten der Planetin und die, glaube ich, wenn man die intelligent beschreibt, könnten dann sogar in einem souverän-demokratischen Verfahren eine Mehrheit gewinnen. Die Gemeinden sind herzlichst eingeladen, Gemeinwohlgemeinden zu werden. Wir haben kleinste Schritte, sie bilanzieren einen Kommunalbetrieb. Stuttgart hat schon zwei, Mannheim wird nächstes Jahr vier bilanzieren. Sie können sich als Gemeinde bilanzieren, sie können die private Wirtschaft einladen, sie können die Banken einladen, eine ethische Kreditprüfung einzuführen oder die Konvente. Und meine Erfahrung ist, dass die Idee des Konvents, obwohl sie mittlerweile ausreichend transparent und publik vorliegt, sowohl den Wirtschaftskonvent als auch der Geldkonvent und mein Liebling derzeit ist der ethische Handelskonvent, der auf ethischer-welthandel.info frei zugänglich ist. Sie sind aber meines Erachtens noch ein bisschen zu hochschwellig. Das heißt, ich glaube, müssen Sie in Schulen, in Universitäten, in Parteien, intern, in Vereinen und auch in aufgeschlossenen Unternehmen in hundertfacher Weise zuerst noch Uraufführen in einer niedrigen Schwelle und dann werden die ersten Gemeinden oder auch sogar Landkreise, es haben eh schon zehn Gemeinden und Landkreise angeklopft, aber die sondieren und zögern genauso wie die DAX-Konzerne. Das ist jetzt die Analogie. Das wird kommen. Also der erste demokratische Wirtschaftskonvent ist nur eine Frage der Zeit, aber vielleicht braucht es noch ein bisschen, weil es ist kein extrem niederschwelliges Instrument. Es ist doch ein ziemlich ehrgeiziger Prototyp. Und die DAX-Konzerne sind sogar acht mittlerweile. Darum sage ich genauso. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste DAX-Konzern eine Gemeindebranche erstellt, weil alle acht können nicht jahrelang sondieren und dann nichts tun. Aber der Knackpunkt derzeit ist, dass es nicht sicher ist, dass auch nur einer von den acht überhaupt ein positives Ergebnis erreichen würde. Das ist derzeit das Problem und da sind wir noch am Arbeiten. Also der derzeitige Weg ist, sie davon zu überzeugen, wenigstens die schlimmsten negativen, weil es gibt ja nicht nur positive, es gibt ja auch Negativkriterien in der Gemeindebranche, dass sie wenigstens die schlimmsten Negativkriterien ändern, damit sie wenigstens in einen bescheidenen, positiven Bereich kommen. Gleichzeitig aber, das möchte ich nur damit, weil manchmal wird, das ist der letzte Satz, weil Gemeinwohlökonomie manchmal auch als zu unternehmensfreundlich oder als Greenwashing missverstanden wird. Das eine ist die Bilanz und das andere ist die Forderung der begreiften Ungleichheit durch anstatt positiver Rückkoppelung, Exponentialwachstum, negativer Rückkoppelung, nämlich abflauendes bis stillstehendes Wachstum, was die Größe und Macht von Unternehmen betrifft. Und das geht nicht über die Gemeinwohlbilanz, sondern das geht über den demokratischen Wirtschaftskonvent. Und gestern haben wir hier in Berlin, das war glaube ich meiner Meinung nach, war das ja fast eine Premiere, auf Einladung von Forum, Umwelt und Entwicklung und Inputs von Thilo Bode und Lobby Control, haben wir, wie viel Konzern verträgt die Welt. Und da waren zum ersten Mal die Lobbyisten wirklich mit auf dem Podium und haben da einen relativ wertschätzenden Diskurs begonnen, das fand ich gut. Und unser Vorschlag geht in die Richtung, ist jetzt nur eins, dass absolute Größe heißt, dass die Fusionskontrollen mit zunehmender Größe strenger werden, also Bayer, Monsanto ausgeschlossen. Und sie prüfen aber nicht nur nach den heutigen kleinkrämerischen Kriterien, nämlich wie viel Marktanteil hat ein Produkt. Sie prüfen auch den politischen Einfluss, die Eintragung ins Lobbyregister und das Gemeinwohl im Sinne der Gemeinwohlbilanz. Und je schlechter das Gemeinwohl- Ergebnis, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Fusion nicht genehmigt wird und umgekehrt, je besser das Gemeinwohl ist, desto relativ größer, aber eben auch nicht beliebig groß, sondern nur maximal groß dürfen Unternehmen werden. Super, Christian. Du bist jetzt schon in den nächsten Vortrag eingestiegen, aber was ich glaube, ich und hoffentlich gelungen ist, ist, dass Sie Anregungen auch mitnehmen können, was Sie in Ihren Gemeinden, in Ihren Kommunen eben auch machen können, eben unter anderem auf kommunaler Ebene auch hier in den Bezirksparlamenten zu beginnen damit, diese Bilanzierung und die und so weiter, die Messung, die Konvente zu fordern und mit zu organisieren. Und ich hoffe, deswegen sind Sie jetzt auch noch eingeladen zu einem Getränk und einer Kleinigkeit zum Essen, dass Sie das hier auch nutzen, um sich wechselseitig kennenzulernen, sich zu vernetzen und dann eben auch mit solchen Initiativen, unter anderem an die Bezirksparlamente oder auch an den Senat hier heranzutreten, solche Anstöße zu geben und selber mit zu organisieren, dass es solche Konvente gibt. Ich möchte mich jetzt erst mal ganz, ganz herzlich bei Dieter Janicek bedanken für seine Beteiligung, für sein Engagement, für seine Inputs heute Abend. Herzlichen Dank, Dieter. Ich hoffe, du nimmst auch was mit. Ja, und dir natürlich, Christian, ganz, ganz großes Dankeschön für all deine Inspiration, für deine wertvollen Ideen. Diese Ideen, finde ich, machen Hoffnung, die uns bei all der, wenn ich noch mal an deine Landschaft, die Krisenlandschaft denke, dann müssen wir ja auch zwar im Lichte des Wissens darum, in welchen Krisen wir uns befinden, vor allem aber doch auch mit Hoffnung versuchen, diese Krisen zu überwinden, zu gestalten. Und da ist die Gemeinwohlökonomie ein wunderbarer Ansatz. Und danke noch mal, dass du hier bei uns warst und deine Ideen mit uns teilst. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus So, diese Wachsen sind eingeladen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.